Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Bei der Macht von Lukas Schorsch. Wir haben den Content. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Jedi-Nerds, dem Star-Wars-Podcast. Und hier sind eure Sith Lords. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu den Jedi-Nerds, eurem Star-Wars-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Akkulüt Chris und mit mir dabei Schnuffeltier Michael. Ich grüße dich. Hallo, wie immer lebe lang und in Frieden. Ja, ich bin auch dem Tod mal wieder knapp von der Schippe gesprungen. Ich habe eine Sommergrippe überlebt. Vielleicht war es auch Corona, man weiß es nicht. Es gibt keine Tests mehr. Wir waren in der Apotheke drüben. Nee, die hatten keine mehr. Du sagst, die kommen ja irgendwann in den nächsten Teilen. Wir hatten noch bei DM und ich glaube, bei DM habe ich zuletzt noch welche gefunden. Mich hat das ja auch nochmal mit der Corona-Runde erwischt. Aber ja, wir hatten noch von den Kindern Tests da, weil man ja von den Kitas noch so viele überhatte. Und dann haben wir uns ein paar neue geholt. Aber ja, wir hatten auch ordentlich die Corona. Ja, ich weiß nicht, ob es Corona war. Keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen Test mehr gemacht. War mir am Ende auch zu blöd. Von daher, mich mag ja sowieso keiner sehen. Und daher, ich weiß nicht, wo es herkam. Vielleicht hast du das Forever Dirt Girl vom Swift Detailer-Swift-Konzert in Swift-Kirchen mitgebracht. Keine Ahnung. Ach, war die auf einem? Ich war vorher schon. Ja, 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 ja. Er kam sehr beseelt wieder. Und jetzt ist sie auch krank. Ja, das ist halt so, wenn man von so großen Veranstaltungen kommt. Dann fängt man sich halt immer eins ein. Ja. Wir wollen heute sprechen über die letzten drei Folgen von Die Acolyte. Die Folgen fünf, nee, Folgen sechs, sieben und acht. Und bevor wir aber dazu kommen, Michael, das haben wir jetzt überstanden. Aber manche Dinge erwarten uns ja noch. Ja, denn wir haben immer noch das komplette House of the Dragon, die Staffel zwei, zu besprechen. Außerdem folgt ja demnächst nochmal die nächste Staffel Rings of Power. Die sprechen sich ja ab, dass die alle im gleichen Jahr wieder releasen. Und das findet ihr alles auf nerdizismus.de. Da findet ihr alles, was wir beschrieben, aufgenommen, besprochen und sonst auch noch produziert haben. Und das Wichtigste ist, ihr findet auf dieser Seite mehrere Feedback-Buttons. Und wenn ihr auf diese Feedback-Buttons klickt, dann habt ihr drei Optionen. Entweder ihr schickt uns eine WhatsApp-Nachricht an die 01525-964-7709. Gerne auch als Sprachnachricht. Ihr schreibt uns eine E-Mail an die Info at nerdizismus.de oder diskutiert fleißig mit auf Discord unter nerdizismus.de slash Discord. Und ich habe mir nochmal so ein bisschen über die Reviews geguckt. Also wir stehen ja überall ganz gut da. Wir haben so 4,5, 4,6, 4,7. Das ist völlig in Ordnung. Wir brauchen keine 4,9, 4,8 wie andere Kollegen, die da vielleicht nicht ganz so kontrovers unterwegs sind. Was keine Wertung ist, was ich einfach nur mal kurz erwähnen wollte. Aber wir sprechen ja auch nur über Woke-Zeug in letzter Zeit. So sieht es aus, ja. Wir sind aber auf jeden Fall besser als Thomas Gottschalk und Maik Krüger. Die haben nämlich mit ihrem Supernasen-Podcast, der inzwischen auch, muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe ihn hier mal erwähnt. Oder habe ich ihn bei Nerdizismus erwähnt? Weiß ich nicht. Als die anfingen, fand ich es noch echt unterhaltsam. Inzwischen muss ich sagen, es ist eigentlich fast nicht mehr zu ertragen. Es ist doch ein deutscher QAnon-Verschnitt? Nein, 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 überhaupt nicht. Es sind halt zwar alte, weiße Männer. Also Altherren, ja. Ja, und es sind halt auch teilweise Altherren-Witze. Und ich weiß nicht, wer schlimmer ist, Thomas Gottschalk oder Maik Krüger. Also ich gebe zu, es hat einen gewissen Appeal, wenn sie so von den alten Showgeschichten reden. Hakenbrand, das ist ganz unterhaltsam, aber alles andere ist wirklich, wirklich grausam. Und das ist ihnen jetzt quittiert worden. Da haben sie jetzt nämlich gerade mal eine 3,7 bei Spotify. Und das Fisch ist schon, ja, schon nicht gut. Also 3,7, also 3,7 würde ich hier nicht weitermachen. Ja, aber ich meine, die haben ja wahrscheinlich ein deutlich größeres Publikum. Und der Herr Gottschalk war ja jetzt auch nicht unbedingt immer in positiven Schlagzeilen zu finden in den letzten Jahren. Und ja, ganz ehrlich, also klar hat man so seine alten Helden aus der Kindheit. Auch Otto ist ja immer wieder da genannt. Mittlerweile kann ich nicht mehr über Otto lachen. Ich kann mich über ihn amüsieren. Aber wie er dann bei LOL in der letzten Staffel gepriesen wurde. Das war wirklich, das ist wirklich schlimm bei LOL. Weil zum einen war die Nummer mit dem Kochen, die ist literally 40 Jahre alt. Also kein Witz. Ist ja sein ganzes Programm. Alles, was der macht, ist so alt. Ja, die ist 40 Jahre alt. Und ja, ich verstehe, dass natürlich alle, die da saßen, sind mit Otto aufgewachsen. Und das war wahrscheinlich so der erste Comedian außerhalb des Kabaretts, möchte ich mal sagen. Oder der halt dann nicht. Früher hieß das ja noch Blödelbarde. Ja, diesen schönen Begriff noch kennst du. Also Mike Krüger war ja dann ein Blödelbarde und kein Komiker oder so. Und Comedian hat man eh nicht gesagt, wenn dann war das irgendwie ein lustiger Mann, der halt da lustige Sachen gemacht hat. Und bei dem waren halt nicht so die Songs im Vordergrund, wie jetzt bei Mike Krüger oder irgendwie Jürgen von der Lippe, sondern halt eben mehr so diese Gags. Und ich meine, ja, nochmal, es hat alles seinen Humor und allen seinen Zeit. Aber was mich so wundert ist, dass der A so gefeiert wird, immer noch, okay, sei es drum so beat, aber dass der sich halt so null weiterentwickelt hat, dass er den gleichen alten Gags macht und die einfach immer noch nur leicht verändert, das verstehe ich einfach nicht. Also man muss doch auch irgendwie so ein bisschen ansprechen, sich selber halt mal auch weiterzuentwickeln, oder? Wir probieren ja auch dauernd neue Sachen aus. Ich meine, in manchen Sachen sind wir auch stehen geblieben, aber wir machen es ja nicht 40 Jahre, wir machen es erst seit 10. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin mit Ottos Friesenkind aufgewachsen und bevor ich gemerkt habe, dass das ja ein englisches Lied ist, worauf das basiert, hat dann auch eine ganze Zeit lang gedauert. Aber ja, wie gesagt, hast du schon recht, er hat sich nicht weiterentwickelt, was sehr schade ist. Er hatte seine Hochzeit und dann hat er nochmal so ein Mini-Comeback mit diesen ganzen sieben Zwergefilmen gehabt und ähnlichen Dingen. Gott, Gott, ja. Aber ja, ja, ja. Aber das ist ja blöd, da würde ich sagen, das ist blödel Comedy höchster Güte in Deutschland. Ich konnte es mir auch schon nicht mehr anschauen. Da habe ich doch lieber mir so eine Anke Engelke, die da immer wieder nette Sachen macht. Oder Bastian Pastewka, der ist auch immer noch lustig. Der hat sich auch in 30 Jahren entwickelt. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Und wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ach so, ja genau, Bewertungen. Deswegen würden wir uns natürlich trotzdem freuen, gar nicht mal, dass ihr unseren Shit hebt, aber dass ihr mal ein paar mehr Bewertungen schreibt. Zum Beispiel ist die letzte schriftliche Bewertung bei iTunes, die ist schon über ein Jahr her. Also da gibt es zwar jede Menge neue, aber ihr lasst immer nur ein paar Sterne da. Das ist toll, weil die meisten davon fünf sind. Das ist fantastisch, das freut uns. Aber so ein paar schriftliche Bewertungen bei iTunes, die helfen auch algorithmisch, dass der Feed mal wieder ein bisschen nach vorne kommt. Das wäre also ganz fantastisch. Das könnt ihr bei Podcast Addict übrigens auch machen. Nur bei Spotify, da könnt ihr in der Tat nur Sterne hinterlassen. Aber das macht ihr fleißig. Aber trotzdem, also wenn ihr jetzt gerade hier an eurer App seid und das Ganze per Spotify hört oder per iTunes hört, dann tut uns mal einen Gefallen. Lasst nochmal ein Review da, so ein ausführliches. Das ist einfach immer cool. Freut uns natürlich auch. Aber ihr dürft auch schlechte Reviews schreiben. Aber tut uns einen Gefallen. Dann schreibt bitte konkret, was euch stört. Also konkret. Weil wir haben immer das Gefühl, immer den Punkt, dass da so Wischiwaschi Sachen stehen, wo ich dann sage, ja okay gut, was soll ich jetzt damit anfangen. Also wenn euch irgendwas stört, dann sagt es konkret. Und wenn ihr sagt, in der Folge haben wir scheiße gelabert, dann tut uns einen Gefallen. Dann schreibt vielleicht eine E-Mail besser, als das da reinzuschreiben, weil das nerft vielleicht die anderen. Aber dann sagt uns ganz konkret, in der Folge, in der Minute, das war Quatsch. Und dann können wir drüber reden. Weil meistens wird das irgendwie so allgemein, ja, der eine Vorwurf da auf Twitter vor ein paar Wochen, ob unsere House of the Dragon-Folgen wieder so rassistisch werden, wie sonst immer. Come on! Also, haben wir schon drüber gesprochen. Also da muss ich dann ganz ehrlich sagen, konkrete Belege. Gut. Deswegen wollte ich aber eigentlich... Ich meine, wir nehmen ja auch solches Feedback gerne an. Ja, absolut. Merkt man ja auch, beispielsweise bei mir, ich darf ja auch nicht mehr zumindestens sagen, ne, und mache ich auch meistens nicht mehr. Genau. Und dementsprechend ist das Nächste, was dann dran ist. So. Wir haben Feedback bekommen. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, weil es uns natürlich auch immer freut. Und heute fangen wir mal an mit einer Sprachnachricht von der Judith. Und die hat zu Acolyte Folgendes zu sagen. Hallo, liebe Nerdizisten. Ich habe jetzt die Acolyte durchgeguckt, gerade jetzt zur Folge. Und Wochenende auch schon eure Podcast-Folgen dazu angehört. Und wollte kurz meinen Senf da lassen. Nur kurz, ja, Dr. Hu, bunt, kreativ, zahnlos, Blue-Eyed-Samurai. Spannend, emotional. Fand ich großartig. Erzählt. Und ich kann euch, wie gesagt, nur die zweite Schrift von Halo ans Herz legen. Ha, total weggebincht. Acolyte, ja, also mir war klar, dass Carrie-Anne Moss wiederkommt. Und Daphne Keen habe ich auch sofort erkannt, weil ich irgendwo ein Interview mit ihr auch gelesen hatte. Und da habe ich mich sofort gerade erinnert. Ich stimme euch auch zu, das Pip ist eine sehr coole Idee als Android-Companion. Dieser komische Tracker-Hamster, muss ich aber sagen, ich weiß auch nicht, ob die dann gehofft haben, dass es, dass die Kinder jetzt alle den als Plüschtier haben wollen oder so, oder aber witzig sein soll. Irgendwie glaube ich, dass beides nicht funktioniert. Und da ein wirklich Moment draus zu machen, ja, Griff ins Klo. Jetzt auch in der letzten Folge, ich meine diese angedeutete Romanze, die man von der vorherigen Folge auch schon so, ne, hätte ich jetzt nicht gebraucht, muss jetzt überhaupt nicht sein. Aber insgesamt hat mir die Acolyte jetzt ganz gut gefallen. Das Storytelling fand ich gut, dass man so Stück für Stück erst erfahren hat, was damals wirklich passiert ist. Da bin ich immer großer Fan von tatsächlich. Die Charakterisierung der Mädels, also der ganze Charakter-Arc fand ich gut, dass die ja weder richtig gut noch böse, beziehungsweise, dass sich das dann auch so ein bisschen geändert hat, hat mir gut gefallen. Gut am Schluss, hier das mit der Kleidung immer zu zeigen, mit Held, Dunkel, naja, ziemlich holzhammer. Aber ja, hat mich jetzt auch nicht wirklich gestört. Auch die Jedi darzustellen, ist eine fehlbare Institution, die eigentlich mehr Sorge trägt, um ihr Image und die Versuch ihrer Stellung zu erhalten, als wirklich den Idealen zu folgen, die sie sich selber auferlegt hat, fand ich realistisch und fühlte das wirklich ganz gut dann zu der Institution, die wir dann auch kennen aus den Peek Worlds. Fand ich überzeugend. Und am Schluss, naja, ich war ein bisschen enttäuscht, als die Vernestra in den Raum geht und sagt, Basta, wir müssen reden und ich hatte gehofft, das ist jetzt ein Sith. Ich fand jetzt, war enttäuschend, dass da jetzt nur Yoda sitzt. Mäh, na gut. Ja, also keine Serie, die ich jetzt ein zweites Mal gucken würde, aber ich freue mich auf die zweite Staffel. Ja, soweit also die Judith. Ganz kurz meine erste Einschätzung zu dem, was du gesagt hast, liebe Judith, also bei Halo Staffel 2 gehe ich halt mal so null mit. Da habe ich die letzten drei Folgen immer noch nicht geguckt und ja, man weiß, wann es rausgekommen ist, vor fast einem Dreivierteljahr oder sogar, glaube ich, sogar noch länger. Nee, kommt auch keine dritte Staffel mehr, Halo ist raus, ja, ich verstehe bei Halo, hast du es geguckt, Halo? Nee, nee, wollte ich mir nicht antun. Ich habe auch die Spiele nie gespielt, deshalb habe ich mich auch nicht. Okay, ja, also das ist gar nicht das Problem. Ich konnte mich auch mit den Schauspielern und so an, das war alles, aber die sind jetzt am Ende der zweiten Staffel mal so langsam überhaupt mal Richtung Halo gekommen, also dass die überhaupt wissen, dass es das gibt. Ja. Und dazu muss man sagen, Halo sind diese Ringe da. Genau, richtig, ganz genau. Und das ist ja das, was du als Halo eigentlich sehen willst. Ich will den ganzen ganzen Quatsch gar nicht sehen und da brauchst du zwei Staffeln, um da hinzukommen. Nee, sorry, da bin ich schon längst raus und das war auch teilweise wirklich so völlig so, ja, so möchte gern Game of Thrones und möchte gern House of Cards irgendwie und ach, ja, also es war jetzt nicht richtig schlecht, aber es war halt auch, genauso wie bei Witcher Staffel 2, bin ich auch ausgestiegen. Bis heute noch nicht fertig geguckt. Hab mich irgendwann einfach verlassen. Umso mehr fragt man sich natürlich jetzt wie viele andere auch, wieso guckt ihr dann die Ecolight? Ja, gut, in manchen Franchises ist man noch drin und in manchen ist man nicht mehr drin. Ja. Nicht-Umsonst machen wir für dieses Franchise-Podcast. Genau. Dazu passt übrigens gerade einen Artikel, den ich heute gefunden habe, den wollte ich noch mit mir besprechen. Wir haben noch ein bisschen mehr Feedback. Wir werden auch heute gar nicht so viel über die Serie reden. Ist egal. Wir haben Zeit. Ich habe aber auch noch ein Feedback zum Feedback. Ah ja, du hast noch ein Feedback zum Feedback. Ja. Dann mach das doch mal eben schnell. Diese angedeutete Romanze, die haben sogar scheinbar mehr gefilmt. Die haben sogar einen Kuss zwischen den beiden gefilmt. Ich meine, ist ja sicherlich gleich noch mal in unserer Besprechung. Aber dann haben sie sich gedacht, am Ende, als sie sich das angeschaut haben, nee, das passt vielleicht doch nicht so ganz in die Charaktere und ist nicht so verdient, wie sie es geschrieben hatten. Und da haben sie es wieder rausgeschmissen und haben am Ende nur dieses Händchen halten mit reingebracht. Also die Showrunner hatten so in der Tat sogar noch mehr im Kopf und würden gerne das mehr erforschen, würde es jemals eine zweite Staffel geben, von der ich aber nicht glaube, dass wir eine zweite Staffel bekommen. Ansonsten stimme ich dir bei vielen Sachen zu, aber du hast uns ja auch bei vielen Sachen zugestimmt. Genau. Das sind die besten Hörer, die uns einfach dazustimmen. Ja, genau. Klatschvolk. Nein, bitte nicht. Gebt uns Kontra, gebt uns Feedback. Aber du hast gerade das Franchise angesprochen. Da bin ich just am Ende über einen Artikel gestoßen von may4thbewithyou.com. Den werden wir auch in den Shownotes verlinken. Zehn Wege, wie Disney Star Wars zerstört hat. Komm, die gehen wir mal eben schnell durch. Mal gucken, ob wir mit allen übereinstimmen. Also, auf Platz 10. Sie haben Han Solo ruiniert. Vor allem geht es ihnen dabei darum, dass er einsam stirbt, keinen Heldentod hat, wenn nur Fremde um ihn rum sind. Na gut, Chewie steht halt ein bisschen weit weg. Und das wäre einer so beliebten Figur nicht fair gewesen. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, wenigstens, als wir die Singles verbrochen haben. Deswegen nur die Kurzfassung. Das stimme ich nicht ganz zu. Für mich haben sie ihn jetzt nicht ruiniert. Es muss nicht ein Held, der in seiner Jugend eine scheinende Figur war, auch in seinem Alter noch eine scheinende Figur sein. Da bin ich eher so diesen Old Man Logan-Ding angehaftet, wo sich doch Menschen verändern und auch Charaktere in Geschichten verändern können. Und Star Wars war für mich nie so nur Licht und Schatten. Deshalb könnte es auch gerne Grautöne geben, das Gleiche sage ich bei Luke Skywalker. Also von daher. Okay. Nummer neun. Das erweiterte Universum außer Acht lassen. Also Klammer auf. Außer man lässt es halt nicht außer Acht. Will ich gerade mal sagen, weil sie übernehmen ja dann doch schon sehr, sehr viel. Schau mal hier das Ende von Acolyte. Genau. Und das ist halt aber ehrlich gesagt das, was mich dann ein bisschen aufregt. Mich regt eigentlich ehrlich gesagt. Also bei Star Trek rege ich mich ja noch auf. Bei Star Wars rege ich mich komischerweise irgendwie gar nicht mehr auf. Frag mich nicht warum. Vielleicht, weil Star Wars eigentlich schon immer mehr eine Gelddruckmaschine war als Star Trek. Und ich an Star Trek einfach auch einen intellektuell höheren Anspruch habe als in Star Wars. Anyway. Was mich wirklich ärgert ist, dass man erst hergeht und sagt, EU gilt nicht mehr. Ist ja okay, kann man machen. Aber dann halt merkt, oh wir haben jetzt überhaupt keine eigenen Ideen. Ja gut. Ja gut, dann nehmen wir halt dann doch Thrawn. Ja gut, dann nehmen wir halt dann doch Darth Plagueis. Ja dann nehmen wir halt dann doch den. Dann nehmen wir doch den. Und so weiter und so weiter. Das finde ich halt scheiße. Also dann hätte man irgendwie wieder sagen müssen, nee komm, dann scheiß auf diese Legends Sachen, wir machen es dann doch wieder kennen. Nein. Ich meine, es ist auch wieder eine Sache, über die wir mal gesprochen haben, die wir schon öfter gesprochen haben. Wir haben über alles schon gesprochen. Wir haben über alles schon gesprochen. Ich finde es weiterhin gut, dass sie die EU-Versatzsachen da mit reinbringen. Klar ist manches dann doch schon sehr nah an dem, wie es in den Büchern beschrieben wurde. Aber das hat für mich wiederum den Vorteil, dass man sowas wie die Thrawn-Trilogie sich heute auch noch guten Gewissens so anschauen, beziehungsweise anhören oder durchlesen kann, ohne, dass man gleich denkt, hat doch eh keinen Wert mehr in dieser aktuellen Kontinuität. Okay. Nummer 8. Recycling. Also hier geht es darum, dass im Grunde genommen eigentlich nur alles aus der Original-Trilogie wieder und wieder aufgewärmt wird. Sei es jetzt dann vor allem in den Sequels halt mit der Superwaffe und ein junges Waisenkind, das die Macht hat und so weiter und so weiter, dass halt einfach keine Originalität drin ist oder wie wir es halt natürlich immer nennen, so dieser Fanservice. Ja. Und da ist natürlich, also ich habe es ihnen bei Episode 7 noch durchgehen lassen, auch wenn es mich da schon sehr gestört hat, so nach dem Motto, ja komm, wir versammeln uns mal alle wieder und jetzt mal heimelig, heimelig. Aber danach war es halt einfach unangenehm. Ja, das stimmt. Aber wie will man diese Gratwanderung machen, dass man dann was Neues einführt, ohne das ganze Fanbase zu vergraulen und dann nicht... Das ist halt das ganze Disney-Ding. Die wollen safe gehen, die wollen Content produzieren, die wollen ein gefälliges Publikum, die wollen gefällig sein und ein möglichst großes Publikum zu erreichen, um möglichst viel damit zu verdienen, weil sie unglaublich viele Millionen da reingesteckt haben und auch unglaublich viele Millionen davon rausbekommen möchten. Und dann kann man leider nicht so anecken und deshalb verwendet man wieder altes, bekanntes und alte Strukturen. Und ja, selbst wenn man versucht, mal ein bisschen was Neues reinzubringen oder mal ein bisschen abzuweichen, hat man gesehen, wie in den ersten Disney-Jahren dann reihenweise Regisseure gefeuert wurden, weil die nicht auf Spur waren. Kommen wir zum sechsten Punkt. Die Star-Wars-Videospiele ignorieren. Da geht's dem Autor vor allem mäßig darum, dass so wenig Star-Wars-Games kommen. Und dann hab ich mir so überlegt, sowieso, stimmt doch gar nicht, da kommen doch viele. Und dann hab ich mir gedacht, ah nee, so viele sind das in der Tat nicht. Das war jetzt hier Survivor und der Vorgänger, Jedi mit dem Calcestis, die zwei. Dann hast du dieses Rogue Squadron gehabt, diesen X-Wing-Simulator. Boah, und jetzt kommt Outlaws. Und davor war da nochmal Star-Wars-Battlefront 2. Und das war's, ehrlich gesagt. Also für so ein großes, also ich meine, Star-Trek-Fans würden sich freuen, sie hätten so viele gute Spiele. Aber in der Tat, da war schon mal, das war schon ein bisschen mehr irgendwie. Es gab auch gar keine, witzigerweise, und normalerweise, komisch, ne, die Star-Wars-Cash-Cow wird doch ausgepresst ohne Ende. Aber es gab überhaupt keine Games zu den Spielen, äh, zu den Filmen, zu den Sequel-Filmen. Ja, aber dieses typische Videogame-Adaption von Filmen hat sich ja irgendwann, ich glaub so in der Playstation-2-Ära verlaufen, weil's einfach zu teuer geworden ist und man nicht mehr so alte Templates nehmen konnte, um neue Spiele daraus zu machen. Es ist halt, so ein Triple-A-Titel zu produzieren, da bist du halt mal 100 Millionen los. Und wenn der dann nicht erfolgreich wird, dann bist du gearscht, wie dann vielen Studios mittlerweile siehst. Na, und jetzt ist ja auch dann Star-Wars von EA zu Ubisoft gegangen. Und da kommt ja, glaub ich, Ende des Jahres Outlaws. Ich bin gespannt. Ich hab den Trailer letztens mal gesehen, war da ja auch ein bisschen Gameplay dabei. Das sah schon ganz interessant aus. Hab da Bock drauf. Aber bei den Videospielen haben sie, glaub ich, auch viel wieder neu aufgelegt, re-released, alte Games rausgeholt. Und die ganzen Lego-Star-Wars-Dinger sind noch unglaublich erfolgreich. Also so wenig ist da auch nicht rausgekommen. Ja. Dann der nächste Punkt. Die Fortsetzungstrilogie, also die Sequels. Ja gut, da geht ihr am besten zurück und hört unsere kontroversen Meinungen. Denn ihr habt hier auf der einen Seite jemand, der das richtig abfeiern wird zu viel. Wobei, The Last Jedi, das feierst du schon ab, ne? Ja, Last Jedi ist für mich weiterhin und tötet mich dafür einer der besten Star-Wars-Filme. Rise of Skywalker ist kompletter Bullshit. Haben wir auch drüber geredet. Das ist so von Müll. Auch hier Force Awakens war ich gut positiv eingestimmt. Für mich war es okay, dass es letztendlich nur ein Remake war mit neuen Leuten. Das hat mir Spaß gemacht im modernen Kontext. Das hat J.J. gut hinbekommen. Last Jedi, fand ich, hat so ein bisschen das aufgewühlt. Hat für mich schöne Aspekte reingebracht. Und es gibt genug Analysen, Filmanalysen da draußen, die belegen, warum Last Jedi ein richtig guter Film ist. Aber das ist halt eine Diskussion, die sehr schnell ausatmen kann. Keiner von denen hat dann Ahnung vom Star-Wars-Lore. Deswegen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das heißt, du bist auch der Meinung, Also hier haben wir die Republikaner und Demokraten in Star-Wars-Lore. Ja, genau, ja. Du bist also der Meinung, dass der fünfte Punkt, sie haben Luke Skywalker ruiniert, auch nicht stimmt. Nein, das stimmt nicht. Finde ich nicht. Sie sind ihre eigenen Wege da gegangen und das fand ich für mich völlig okay. Sie hätten sich nur auf einen Plan einigen sollen. Der, ich meine, wurde ja auch durch Wrath of Skywalker, wurde ja das auch wieder alles durcheinander gewöhnt. Dieser Masterplan hat gefehlt. Ja. Auf dem vierten Platz, die neuen Machtkräfte. Ja, also vor allem schreibt der Autor hier diese Instant-Kommunikation, das Macht-Skypen. Das war es aber ehrlich gesagt gar nicht. Das war für mich eher so eine Meta-Darstellung auf so eine, ja, also, ja, na gut, am Ende des Tages standen sie wirklich physisch beim anderen Raum, weil sie sind ja nass geworden und konnten ja Dinge anfassen. Okay, gut. Ja. Okay. Aber die Instant-Heilung, die hat mich ehrlich gesagt mehr abgefuckt. Weil das war so ein, so ein, so ein ganz, ganz billiger Drehbuch-Schreiber-Trick aus der übelsten Ecke des Storytelling. Bin ich bei dir. Ich meine, ich finde es als, als Fähigkeit interessant. Man kann durchaus mehr Dinge mit der Macht machen. das wurde ja auch in Videospielen und in dem Expanded-Universe deutlich immer wieder ausgebaut. Hatten wir jetzt nur in den offiziellen Filmen noch nicht. Nur war es hier zu sehr Convenience-Telling. Ja. Nummer drei, fehlende Charakterentwicklung. Einige der Hauptkritikpunkte am Star-Wars-Film ist die mangelnde Charakterentwicklung. Nicht nur bei den Filmen, aber ich glaube, beispielhaft wird hier, ist gemeint, vor allem die hinter, bleiben sie bei Finn. Ja. Und da denke ich auch, ist ganz, ganz viel Idee, was man mit Finn hätte machen können, im Schneideraum oder keine Ahnung, vielleicht auch nie über den Writer so rausgekommen. Da wäre auf jeden Fall mehr gegangen. Allein schon diese Hintergrundgeschichte wäre ja interessant gewesen. Und ich habe letztens ein Meme gesehen, da sieht man oben Ray und Finn und unten sieht man dann Lucy und Maximus und dann fragen Ray und Finn, wer seid ihr denn? Und dann sagen Lucy und Maximus, wir sind ihr, nur in besser geschrieben. Und ich wäre so, Fairpoint, Fairpoint, da ist durchaus was dran. Und ja, also auch, dass dann der Film plötzlich so machtsensitiv wird und so. Kann man alles machen, alles gut, aber es war halt einfach so, ja, nichts davon war zu Ende gedacht. Ja, es war völlig inkongruent und deshalb hat am Ende John Boyega ja auch gesagt, er hat mit dem Franchise gebrochen, er hat keinen Bock mehr drauf. Verstehe ich. Dann auf zweiten Platz, schlechte Dialoge. Ja, das zieht sich in der Tat aber jetzt auch nicht immer. Also ich meine, ich erwarte jetzt von Star Wars jetzt auch keine Shakespeare-hafte, gedrechselten Verse und von mir aus muss auch das Skript jetzt nicht auf, was weiß ich, irgendwie auf Breaking Bad oder Better Call Saul Niveau sein, wobei ich mir sowas halt mal wünschen würde. Ich würde mir mal... Hatten wir ja ansatzweise, bei Andor. Bei Andor so ein bisschen, auf jeden Fall, aber ich würde mir halt auch mal gerne, weißt du, wo jemand mal solche Wege geht, ein bisschen subversiv zu sein, aber halt in gut. Weißt du, nicht einfach, wir machen mal die Kamera schräg und dann haben wir was ganz Innovatives gemacht, das meine ich nicht, sondern ich meine es halt in gut. Aber ja, Dialoge sind hier halt auch natürlich wieder ein Thema. Und auf Platz 1, sie haben Darth Vader ruiniert. Ich überlege. Haben sie ihn ruiniert? Ich überlege. Do they have so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie haben ihm versucht, mehr Facetten zu geben und das ist okay. Andererseits hat man keinen... Es sind auch wieder zu viele Versatzstücke mit zu vielen einzelnen kleinen Details und zu vielen Köchen, die hier dabei sind. Deshalb, für mich wurde er nicht ruiniert, aber man hat ähnlich, wie man die Aliens erklärt hat im Alien-Franchise, ein bisschen vom Mysterium weggenommen. Genau, das ist es nämlich. Ich glaube, man hat einfach zu viel erzählt. Dinge, die man nicht wissen wollte. Und genauso war es ja auch The Book of Boba. Who the fuck cares? Also, wen interessiert das denn? Von mir aus noch eine Vorgeschichte, aber auch die hätte ich nicht gebraucht. Also, ich hätte zu Boba Fett gar nichts gebraucht, weil das macht ja das Mysterium dieses Charakters aus. Oder wenn, dann will ich Boba Fett in Action sehen. Also, dann will ich auch keine Prequel-Geschichte sehen, wie der als kleines Kind da irgendwie jetzt erwachsen wird oder sonst irgendwas. Nee, dann hätte ich mir einfach eine Serie gewünscht, die da einsteigt, wo Boba Fett mehr oder weniger auf der Höhe seiner Schaffenskunst ist. Wo es sofort losgeht. Definitiv. Ja, das würde ich immer gerne. Ich will mal eine Geschichte sehen, ohne Scheiß, ohne Scheiß Herleitung. Nimm doch einen Charakter, der irgendwo, der kann das dann und fertig. Und, beziehungsweise, jetzt, nicht jetzt, das heißt ja, bei Rey ist doch so, das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt so einen bekannten Charakter, wie halt Boba Fett, den muss ich nicht erklären. Mich interessiert auch nicht, was der als Kind gemacht hat, sondern ich will den einfach in fetter, geiler, cooler Boba Fett Action sehen. So wie es halt The Mandalorian gemacht hat. Wo halt am Ende des Tages immer noch lieber hätte Boba Fett draufstehen können, aber nicht wahr, aber in Ordnung. Aber Vader ruiniert, zu viel erzählt, entmystifiziert. Genau, entmystifiziert. Und auch, genau, Boba Fett, das ist so, der in den letzten Jahren eine Krankheit in Hollywood, dass die durch Prequels und Sequels viel zu viel auch hier wieder erklären und reinschreiben müssen. Man kann Charaktere auch einfach stehen lassen. Ich meine, Furiosa war ein guter Film, war ein echt guter Film. Ob es den nötig gehabt hätte, ist die Frage, weil man hätte sie jetzt nicht unbedingt ihre Backstory noch weiter erkunden müssen. Ist was Spannendes, aber der Charakter kann auch so stehen und ist vielleicht deshalb larger than life. Und man nimmt ihm nicht das Mysterium weg, wie du es gerade gesagt hast. Wobei jetzt Furiosa es wirklich leid tut, dass der so ein Flop war an den Kinokassen, weil der war echt gut. Also ich fand den nicht gut. Der war gut, aber der Fury Road war auch kein Erfolg an den Kinokassen. Der war erfolgreich, aber kein Megahit. Der ist in einer Zeit rausgekommen, wo physische Medien noch da waren und wo der dann später zu einem richtig Schlager geworden ist durch die ganzen Blu-Ray-Sales, durch Streaming. Also es hat der dadurch seinen Cult-Following bekommen. Ja, ihr merkt schon, 30 Minuten im Podcast und nicht über die Folge geredet und wir werden auch weiterhin nicht über die Folge reden, weil wir haben nämlich noch ein paar Mails. Da schreibt uns sein Namensvetter, der Michael. Hurra, hurra, was sind eure Besprechungen von die Ecolight unterhaltsam? Vielen Dank dafür. Vielen Dank, lieber Michael, für dieses Lob. Das potenzielle Auditorium für die Folgenbesprechungen dürfte im Gegensatz zur Discovery größer sein. Hoffe ich zumindest. Nee, kann ich dir sagen, also wegen der Quote machen wir das hier nicht. Definitiv nicht. Dann würden wir... Wir sind jetzt bei 10 Jahren dabei und sind nicht reich dadurch geworden. Ja, aber auch jetzt von den Hörerzahlen ist jetzt, also House of the Dragon hat wesentlich mehr als die Ecolight. Ja, klar. Das bringt mich zum... Das sind ja immer deine Google Analytics Daten, deine Google Trends Daten. Jaja, wenn man da, wo du es gerade ansprichst, ich habe natürlich auch das nochmal nachgeguckt. Weißt du wo, oder hast du eine Idee, wo die Ecolight im Verhältnis zum Rest des Planeten recht gut ankommt? Hier? Nee. In Südkorea und in Japan. Ja, kein Wunder. Da ist die Nachfrage in der Tat sogar höher als nach House of the Dragon. 55% Südkorea und 52% in Japan. Dann kommt Singapur. Was mit den Ungarn nicht stimmt, weiß ich nicht, warum die da so weit kommen. Aber zum Beispiel in den USA 68% interessieren sich für die, für House of the Dragon und nur 32% für die Ecolight. Dann wird es entsprechend. In Deutschland sieht es auch ähnlich aus. 70-30% ist das Verhältnis zugunsten von House of the Dragon und ähnlich verhält es ganz ehrlich auch mit unseren Hörerzahlen. Also wegen der Quote. Aber wir machen ja so einiges nicht wegen der Quote. Wir ziehen ja auch The Walking Dead konsequent durch. Also das fand ich mal recht, recht interessant. Aber Südkorea ist ja verständlich. Squid Game und der Darsteller. Wahrscheinlich. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Ganz genau. Ganz genau. Es ist auch bei den Rotten Tomatoes nur noch um 3% hochgegangen. Also 17% ist jetzt am Ende dann der Audience-Score. Ist jetzt auch nicht wirklich besser geworden. Aber was schreibt denn der Michael weiter? Ich kann den Punkt Review-Bombing, der Rotten Tomatoes fast immer fällt, wenn eine Serie abgestraft sind, nur sehr bedingt noch nachvollziehen. Drei Gedanken dazu. Ist The Acolyte in der Tat eine Serie, die eine hohe 90er-Wertung verdient, die inzwischen auf noch zu hohe 80% aus meiner Sicht zurückgegangen ist? Also von den Critics, ne? Zweitens, warum funktioniert das bei wirklich augenscheinlich gut gemachten Serien wie House of the Dragon, dass sich Kritiker und Zuschauer sehr einig sind? Drittens, nach dem Einlesen vieler Reviews bin ich davon überzeugt, dass es auch in Teilen ein positives Review-Bombing gibt, das die Bewertungen zumindest nach oben zu heben versucht. Rotten Tomatoes hat zwischendrin meines Wissens den Audience-Score für eine gewisse Zeit ausgeblendet. Ja, das stimmt schon und natürlich wird es auch nach oben gejatzte Serien geben, die eigentlich ziemlicher Quatsch sind. Klar, also warum soll es nicht auch das Positive geben? Ja. Nun aber zu eurer Besprechung. Ihr macht viel aus der wenigen Story, die in den Episoden enthalten ist. Bisher wäre es aus meiner Sicht schwer gewesen, damit einen 120-minütigen Film zu füllen. Das sieht alles trotz eines 180-Millionen-Dollar-Budgets nichts eines Feature-Films würdig aus. Die Beleuchtung ist oft gruselig, einzelne Anschlussfehler bei Bild und Ton sind manchmal Wahrnehmer, oft sind die Darsteller in einer Soundstage unterwegs, die in einer Soundstage-Darstellung eines Waldes nachkommt. Richtig toll ist das nicht, aber es ist halt keine Wüste. Immerhin. Ja, manche Sets sind schon sehr sättig. So. So, 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 ne? So. Irgendwie so. Ah, weiß ich auch nicht. Ich find's... Ja, aber wir hatten es ja auch gesagt, dadurch, dass wir keine Wüste haben, ist es mal eine Abwechslung. Es ist mal was anderes. Vielleicht fällt uns deshalb das nicht ganz so auf. Quaimir ist, volle Zustimmung, der bisher interessanteste Charakter. Das ist kein großer Trick, sind die anderen Charaktere so ausgesprochen lieblos und farblos. Ein Großteil der Jedi geht irgendwann aus einem faden Leben in den Tod, bevor klar wurde, dass die Jedi in dieser Serie Lebewesen und nicht Skriptzeilen Aufsager sein sollen. Leslie Hetland als Showrunnerin hat es nicht verstanden, nur es sie den Fanzettenreich eine Welt zu erstellen. Obwohl die Prequel-Trilogie viele Jedi zeigte, war ein Qui-Gon Jinn nicht wie Obi-Wan, dieser nicht wie Mace Windu und dieser wiederum nicht wie Yoda. Jeder Jedi können interessant geschrieben werden und eigene Agenten haben, obwohl sie auf den ersten Blick die Plain Good Guys vermeintlich sind. Hetland drückt ihnen hier jeweils einen Competition Pro-Joystick in die Hand und lässt sie als im Dutzend billiger dilettieren, bis einige von ihnen als Schmorfleisch auf Smilorans Lichtschwert landen. Die Jedi haben damit leider nur zwei Tasten für Lichtschwert an und aus, wo Smiloran gleich ein ganzes Nintendo Gamepad in die Hand gedrückt bekommt. Haben die Jedi auch nicht anders verdient, wie die ganze Geschichte vor 16 Jahren auch Fahrt aufgenommen hat, indem The Fellowship of the Force mit Detektoren wochenlang sich auf einem großen Planeten diese dummen Dinger sind auch wirklich weitläufig groß nach einer Force Divergence suchte. Beziehungsweise die meisten. Torben hatte Heimweh und war so semi bis gar nicht eingeweiht. Nur um dann unvermittelt auf eine große Steinstruktur, Space Hexen und zukünftige Padawan-Kandidaten zu stoßen. Stets alles mit dem Guten, jetzt passiert unvermittelt das oder soll erklärt sich mit einem Satz, das muss den Zuschauer jetzt aber dann bitte mal reichen. Der Zuschauer darf nicht mit langen Zähnen überfordert werden. Hm. Ja, würde ich, ist natürlich jetzt sehr hart formuliert, kann man auch so sehen. Ich möchte damit ein bisschen warten, bevor ich, bevor wir diese Aspekte ansprechen, wie viel in die einzelnen Folgen gehen, weil, ja, aber mal gucken. Oder hast du akut was dazu zu sagen? Ich sehe es nicht komplett so. ich stimme teils zu, aber ich glaube, dafür sollten wir wirklich auf die drei Episoden warten, bis wir die im Detail besprechen. Bevor ich mir jetzt über das Klein-Klein auslasse, etwaige Scanner aus dem Orbit, Suchtruiden, die die Aufgabe in Tagen erledigt hätten, gerade aus WISH, die gerade bei WISH aus waren, vielleicht eine Analogie. Ihr geht am Samstag bei Ikea einkaufen, meinetwegen ein Billig-Regal. Das wird eure Welt nicht verändern. Ihr kennt es und wisst, was es euch an Nutzen bringt und was nicht. Erst stellt ihr fest, dass einzelne Schrauben vielleicht noch ein paar Zapfen und Verschraubungselemente bremen. Kein Problem, für dieses Billig-Regal habt ihr noch einzelne Ersatzteile aus früheren Ikea-Käufen zu Hause. Dann stehen die ersten Elemente, ihr dreht das Billig-Regal auf die Seite und stellt fest, die Lackierung und einzelne Ecken sind von echt mieser Qualität. Kein Problem, etwas Lack habt ihr ja auch noch, die Regalböden sind schnell im 3D-Drucker gemacht. Stellt euch vor, dass das von nun an immer so wäre bei Ikea-Einkäufen. Das ist aus meiner Sicht der Status aller Star Wars-Serien. Das Handwerkliche ist nicht gut gemacht, das gilt übrigens auch für Star Wars, für Star Trek, wenn du das so, wenn du da bleibst, handwerklich ist ja meine Worte nicht gut gemacht, absolut, aber Ikea stand halt auch nie für hochwertiges Handwerk, aber gut. Die hatten vier Jahre Zeit für die Ecolite, was Gutes abzuliefern, dann kommt so ein Burgsball raus. Das ist eine Nummern-Revue, aber keine Geschichte. Das ist so Basic-Storytelling. Oh, die Jedi können jetzt auch böse sein, The Sword of Sith sind nur missverstanden. Wenn das der Ansatz ist, gut, Subverting Your Expectations geht nun auch bald ins achte Jahr. Das ist nicht frisches Erzählen, das ist so Malen nach Zahlen nur irgendwas. Schlussendlich ist es sehr absehbar, was passiert, da sind eure Besprechungen schon deutlich interessanter, vor allem, wenn ihr von der Folgenbesprechung auf ganz andere Themen kommt. Nach zehn Jahren Podcast wiederholen wir uns an der Stelle, wenn wir wenig über die Serie reden, dann war es meistens auch nicht so dolle. Was soll denn jetzt noch in der letzten Folge passieren, ohne wie in bester Discovery-Manier mit wenig Zeit in die nächste Staffel zu bünden und alles zu rushen? Bitte weniger Cringe, mehr Kreativität, damit könnte mich Star Wars wieder erreichen. Und übrigens, die erste Star Wars-Trilogie, die mit dem antiquierten Stereotypen und den problematischen Frauenhallen läuft immer noch vom Merchandise, da wird nichts eingestellt. Die Verkäufe zur Sequel-Trilogie und die Serien laufen dagegen nicht so super. Gut, Billy-Regale werden auch nicht jeden Tag kreiert. Genug mit Analogien, Glück auf, viele Grüße, Michael. Ja. Also die Analogie habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe nicht so mal eben 3D-Drucker zu Hause, aber das war wahrscheinlich der Punkt des Ganzen. Aber ja, sagen wir mal so, wenn wir es vergleichen mit den Spielzeugverkäufen, man muss nicht unbedingt Star Wars gesehen haben, um die Figuren cool zu finden und so einen gebrauchtbaren Markt für genau solche Sachen, der hat seine eigenen Regeln, würde ich mal behaupten. Aber ich verstehe, was du damit meinst. Ja, aber das ist ja, man könnte es sogar noch ein bisschen anders interpretieren, nämlich, dass man ja als Fan sehr leidensfähig ist und dann halt eben auch statt wieder zu Ikea zurückzufahren, seine Schrauben zu verlangen, halt eben sich den Kram dann selber zurechtdenken. Weißt du, das sind so diese Menschen und ich will mich da ja auch selber nicht ausschließen, das wird mir ja auch ab und zu mal passiert sein, aber ich merke es halt immer, dass halt ganz offensichtliche Löcher im Skript einfach sich dann so mit, ja, aber vielleicht hat er ja vorher dreimal Mondschein ins Taschentuch genießt und dann, deswegen kann er das jetzt. Ja, was hast du nicht gesehen? Ja, was könnte er ja machen können? Ja gut, okay, er hätte viele andere Dinge auch machen können. Diese Argumentation, die gibt mir halt auf den Keks, aber das hätte man doch und vielleicht und bla, nee, hätte man nicht, sondern zeigt mir die Scheiße halt einfach. Ja, andererseits, also für 180 Millionen Dollar kann ich erwarten, wenn Probleme beim Storytelling da sind, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, wenn Probleme beim Storytelling da sind, dann fallen einem diese Kleinigkeiten einfach auf. Ein guter Film, der darf sehr viele Logiklöcher drin haben, aber man muss sie nicht unbedingt merken, weil man gut unterhalten wird. Wenn man sich später darüber Gedanken macht, okay, ist es in Ordnung, aber wenn man in dem Moment, wo man im Kino sitzt, wenn man vor einem Fernseher sitzt, nicht mit dem Handy rumdaddelt und einfach nur gut unterhalten wird, das einem nicht auffällt, dann ist es völlig okay. Das schaffen moderne Star Wars Produkte selten. Dann haben wir noch eine Mail vom Elle Mercy. Hi Chris, Herr Michael, ich glaube in dieser Podcast Folge habt ihr mehr über Vogue und Lore gesprochen, als über die drei Folgen. Sehr gut möglich. Mich hat das Vogue nicht gestört, weil ich es gar nicht bemerkt habe. Ich habe ernsthaft gedacht, die Mutter Oberin hätte das im übertragenen Sinne gemeint. Sie hat die Kinder erschaffen, indem sie sie durch Erziehung und Ausbildung zu denen gemacht hat, was sie sind. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass die andere sie geschwängert hat. Ich glaube, so war es auch irgendwie. Die Kinder waren halt einfach da. Keine Ahnung. Ich bin wohl etwas zu altmodisch für das neue Star Wars. Gut fand ich den Häckselzirkel trotzdem nicht. Was für Jammerlappen. Wären das die Nachtschwestern von Datumir gewesen, dann wären die Padawane in der Suppe gelandet und die Köpfe der Jedi auf dem Zaun. Und dieser Ausdruckstanz mit Vogellauten kann man doch nicht mit Sabrina und Buffy vergleichen. Das sind Teenie-Serien. So, so. Michael, das geht an dich, ja? Sabrina, stimme ich zu, ist eine Teenie-Serie. Buffy würde ich stark dagegen argumentieren, dass es eine Teenie-Serie ist. Das hat vielleicht so angefangen. aber abgesehen von dem ganzen Josh-Wedon-Kram, der im Hintergrund gelaufen ist und vielen Dingen, die heutzutage sehr problematisch bei Buffy sind, war Buffy eine großartige, unterhaltsame Serie, die in einem Zeitalter, wo wir nicht solche Klassiker wie Game of Thrones und so halten, das Nonplusultra der Unterhaltung im Fernsehen war. Heute habe ich durch Zufall den Disclaimer gehört, der jetzt bei Fünf-Freunde- Folgen vorher kommt. Ach, was wird denn da, haben die auch so ein Karl-Klößchen- Problem, oder? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, welche Folge das jetzt konkret war, ich glaube, die, wo sie, ich weiß nicht mehr, welche das jetzt war, ich habe nur den Disclaimer gehört. Naja, das übliche halt, diese Folge enthält Darstellungen und Stere, also am Ende könnte man meinen, hui, 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 ja? Egal, anderes Thema. Es wird zu heißes Wasser gekocht, äh, heißer gekocht, als das Wasser ist am Ende. Und letztendlich, solange sie nicht verboten wird, solange sie nicht wie die eine Community-Episode, in der Blackfacing betrieben wird, das aber aus parodistischen und satirischen Gründen betrieben wird und ganz klar als Kritik da reingenommen wird und die Folge wird trotzdem gecancelt beziehungsweise die Folge wird trotzdem nicht mehr gezeigt, obwohl sie eine der besten Community- Folgen ever ist, dann geht es zu weit, aber so ein kleiner Disclaimer, völlig in Ordnung. Ja, der war schon wieder sehr lang, also dann, weißt du, der Punkt ist halt einfach, wo ich mich dann, jetzt schreiben wir schon wieder ab, ne? Aber ich frage mich dann halt einfach bei so einem Disclaimer so, ich habe den Scheiß ja früher gehört und ich kann mir einfach nicht, man kann man natürlich argumentieren und sagen, ja, ist halt ein kleiner Baustein und wäre den Anfängen und blau und Pi und Peng, aber also ich kann es mir einfach schlicht und ergreifend nicht vorstellen. Es ist ja, also andersrum, wenn in den 30 Jahren es dramatisch weniger Rassisten gibt, fair point, aber ich bezweifle es, ich bezweifle es ernsthaft, ich bezweifle es ernsthaft und das auch überhaupt nicht, so eine Wirkung wird das nicht haben. Ich finde es okay, dass es historisch eingeordnet wird und ich, es ist ja auch durchaus wahr, dass an vielen Stellen Dinge gesagt werden oder gemacht werden, gerade zum Beispiel vielleicht bei Disney Produkten, die man heutzutage in der Form nicht mehr produzieren würde, aber das war ein Produkt seiner Zeit. Das wird da übrigens auch gesagt. Da muss es sich gleich verbieten. Genau, das wird da übrigens auch gesagt, dass die Produkt seiner Zeit ist und deswegen davor Äußerungen vorkommen, die vielleicht heute so nicht mehr getätigt werden. Egal, also ihr wisst, was ich meine. Ich persönlich finde, man sollte die Menschen nicht für so dumm halten, sondern es ihnen selber. Aber guck mal, wenn ich heutzutage eine Pumuckl-Folge gucke, in der Alter, haben wir ja besprochen mit dem Chris von Last Geek Tonight. Da habe ich auch keinen Disclaimer davor und da weiß ich trotzdem, was heute nicht mehr geht. Aber du sitzt halt fasziniert als Zeitdokument davor und sagst, wow, Alter, früher hat er die noch verdroschen. Das kannst du heute nicht mehr machen oder halt vor den Kindern geraucht oder sonst irgendwas. Also ich finde, wir sind schon so aufgeklärt genug und natürlich kann man jetzt immer noch sagen, man kann sich immer noch mehr aufklären und so weiter und so weiter. Alles gut, alles gut. Aber ich finde, man muss dem Publikum auch mal wieder was zutrauen, nämlich, dass es und wenn es sich darüber beämmelt, dass der Meister Eder dem Pumuckl eine Zigarette und was zum Trinken gibt, ja, weil es halt eben sagt, so was macht man heute nicht mehr. Aber dann ist doch der, dann ist doch eigentlich der Punkt ja schon erreicht. Egal. Dale Mercy schreibt noch weiter. Wenn Marmorstein und Eisen brennt, man die Macht nur einen Faden nennt, man tanzt und wie ein Vogel schreit, dann sind es Hexen von die Acolyte. Ha, es ist immer schön, wenn unsere Hörer dann da noch mal ein bisschen reimen. Michael, das geht jetzt an dich. Langweilige Gutmenschen sind nur die Disney-Jedi. Für mich ist der Maßstab Star Wars Clone Wars. Da sticht Anakin den Typen, der Obi-Wan zum Aufgeben überreden will, einfach von hinten ab. Dieser ganze Regelquatsch, ein Jedi greift nicht von hinten an und so weiter, das ist von Disney. Jetzt bin ich jedenfalls gespannt, ob wir noch eine wirklich alternative Version von dem kriegen, was im Hexentempel, warum der Hexentempel abgebrannt ist. Würde mich nicht wundern, wenn sie das offen lassen. Wir werden sehen, bis zum nächsten Podcast. Elmercy, der gerade seinen Namen tanzt und dabei Eulenlaute von sich gibt. Schuhu. Vielen lieben Dank. Bitte nicht immer mit Video und Ton dabei. Ja, ganz genau. Vielleicht war er ja in der Waldorfschule und kann deswegen wunderbar seinen Namen tanzen. Ja, ich würde sagen, so nach einer Dreiviertelstunde können wir langsam mal anfangen, über die Folgen zu sprechen. Drei Stück. Du hast ja auch Vermeidungstaktik betrieben, in dem du alles komplett vorgelesen hast. Ich weiß, ich weiß. Aber wenn sich Menschen so Mühe geben, solche lange E-Mails an uns zu schreiben, dann haben sie es verdient, dass wir sie auch entsprechend dann würdigen. Und vor allem, wenn halt die drei Folgen an sich auch nicht viel hergeben. Folge 6, Lehren und Verderben, schließt ja ein bisschen daran an, wo es eben dann weiterging. Also wir haben halt, wie du immer schon so sagst, das doppelte Lottchenspiel. Ja, und jetzt wacht halt eben die gute Osha beim Quai mir auf. Und auch abgesehen davon, dass ich natürlich immer noch nicht über die völlig identischen Frisuren hinweg komme, wo man sich wirklich ein bisschen mehr Mühe hätte geben können. Aber okay. Sie kriegt ganz coole Klamotten, die wahrscheinlich jemand, der sehr gut Motorrad fahren kann, schon erkennt. Und dann ist sie auf einem, ja, ich habe erst gedacht, sie ist auf dem gleichen Planeten wie Luke einst. Ja, es sah ein bisschen so aus durch die, durch die, das filmische, durch die Einstellung, wie die Seeinsel zeigen und wie die das Meer drum zeigen. Es könnte, das hätte auch das Ding sein können, wo Luke sich zurückgezogen hat. Ja, und vor allem, weil dann auch diese komischen Viecher dann so sind, wo ich dachte, boah, ist das jetzt diese komische, sind das jetzt die Jungen von dieser Seekuh mit der blauen Milch? Aber das muss Star Wars ja immer machen. Irgend so ein Cutie Pie Ding dazwischen, was ein bisschen süßes Ding ist, was man noch super als Stofftier verkaufen kann. Das hat Lukas ja auch immer gemacht. Ja. Was es jetzt mit dem Planeten auf sich hat, erfahren wir allerdings noch nicht so ganz. Sie sieht nur, dass da ein Raumschiff steht. Naja gut, und jetzt kommen wir ja zu dem Punkt, wo ich beim letzten Mal ja ein bisschen verwirrt war, weil irgendwie ich ja zum einen erst mal die zwei Handlungsstränge irgendwie so durcheinander geschmissen habe. So, und jetzt ist also die May beim Soul auf dem Schiff. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so grundsätzlich funktionieren die letzten drei Folgen auch auf vielen Ebenen für mich nicht mehr. Und was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, ist, also wenn der Soul doch offensichtlich dann doch weiß, dass es May ist, weil er betäubt sie ja dann. Ja. Warum der ganze Fass von dem Biber? Also ich habe gedacht, das läuft darauf, weil in der letzten Folge haben wir noch gesehen, dass der dann so schnüffelt, ne? Und dann eben so, ach, das ist die gar nicht. So. Und dann dachte ich, der Biber ist sozusagen die Lösung des Problems. Aber ist er ja gar nicht. Den haben wir stark vernachlässigt, außer dass er ein bisschen Schnüffelhund, genau Spürhund zwischendurch gewesen ist. Ich habe es in dieser Folge so verstanden, dass er und Soul sich absprechen und dass das deshalb rauskommt. Also dass wir irgendwie eine Szene im Hintergrund haben, nicht im Hintergrund, aber eine nicht gezeigte Szene, wo sie sich übereinstimmt. Aha, aha, aha. Da ist es also, du redest dir also auch schon im Hintergrund irgendwas dazu. Ja, ich bin ja völlig bei dir. Also ich war ja sehr optimistisch bei den letzten Episoden und die haben mir auch alle immer besser gefallen. Nur Folge 5 war dann so der Peak, wo es schrittweise wieder runter ging. Zwar gibt noch ein paar kleine Highlights dazwischen, aber erstens halten sie sich an vielen Stellen stark, ja, als ob es eine Füller- Episode wäre. Es fühlt sich wie eine Füller- Episode an. Die kommen nicht wirklich voran, das hätten sie auch in zwei Minuten alles lösen können, was sie hier zeigen. Einmal die Story mit Soul und einmal die Story mit dem Kaimir, der ja offiziell, glaube ich, jetzt The Stranger genannt wird. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er sein richtiger Name wirklich Kaimir ist. In Wikipedia steht weiterhin Kaimir, aber in anderen Besprechungen habe ich immer The Stranger gehört, ob er jetzt wirklich einen anderen Namen hat. Und dafür, dass sie eine ganze Folge da investieren, ist da sehr wenig Futter hinter. Man hätte ja sehr schöne philosophische Diskussionen damit reinbringen können und Dialoge, aber da waren die Schreiber scheinbar nicht in der Lage zu. Ja, ganz genau. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil ich finde diesen Grundaspekt, die Jedi mal so ein bisschen, ich sage mal, zumindest mal von der anderen Seite der Galaxis zu zeigen, die halt vielleicht eine andere Sicht der Dinge darauf haben, finde ich ja super interessant. Das ist ein geiles Konzept. Da wird auch nicht meine Kindheit ruiniert. Ich fand, die Jedi sind ja für mich wie Superman. Die sind eigentlich die langweiligsten. Superman ist der langweiligste Superheld überhaupt. Und die Jedi sind eigentlich auch nur interessant, wenn sie halt mal nicht so Jedi sind. Aber natürlich haben wir halt noch nie den Jedi-Orden mal so richtig in Action gesehen, so zu seiner Hochzeit. Und von daher finde ich das eigentlich schon mal ganz gut. Und das hatten wir auch in der letzten Folge ja schon gesagt. So, dass andere Völker halt eher den Eindruck haben, ey, die kommen auf unseren Planeten und stehlen eigentlich unsere Kinder. Kann man ja so sehen, berechtigt oder nicht, wie auch immer. Aber ja, gut. Und da hätte man sicherlich auch mehr, wie du es gerade eben gesagt hast, mehr Philosophisches reinbringen können. Vielleicht nicht mit Sol und Kaimia, aber halt mit Osha. Aber dann hätte Osha auch schon zumindest ein bisschen eine Jedi-Ausbildung haben müssen, die auch nennenswert gewesen wäre, oder von der ich irgendwie was gesehen habe, damit ich ein bisschen mehr das einschätzen kann. Jetzt bist du in den Namen gesprungen. Also Kaimia ist mit Osha zusammen. Ja. Und Sol ist mit May zusammen. Genau. Sol ist mit der Bösen und Kaimia ist mit der Kroon zusammen. So, wir haben einmal das gewechselt. Was von beiden meintest du jetzt? Achso. Naja, im Grunde genommen wäre es doch interessant gewesen. Da bringst du mich jetzt gerade auf die Idee, wenn man es mit beiden gemacht hätte. So eine schöne Parallelmontage. Genau, das wäre ja der Twist in dieser Folge gewesen, dass vielleicht beide auch ein bisschen ihre Perspektive gechallenged bekommen und sich in was anderes reindenken. Das ist ja das perfekte Setup dafür. Aber Sol, der unterhält sich gar nicht richtig mit ihr. Es geht nur so ein bisschen darum, das Schiff zu fliegen und dann von einem Punkt zum anderen zu kommen und gegeneinander zu arbeiten. Und dann am Ende erst, wenn er sie in Gefangenschaft hat, da auf dem Tisch, fängt er an zu reden, wo es wirklich interessant werden könnte dabei. Und Kaimia und Osha, ja, es gibt Ansätze von Überzeugungsarbeit bei Kaimia, bei The Stranger, dass er Osha auf die andere Seite mit rüberbringen will. Aber dafür, für den Weg, den er gewählt hat, war diese Episode zu kurz. Und man hat nicht das entsprechend Wichtige bei denen gezeigt, weil es wäre ja gerade diesen Twist dieses, dass er ihr erzählt, was da alles schiefgelaufen ist und sie deshalb ihre ganze Vergangenheit in Frage stellt, das kommt nicht wirklich hier rüber. Und dadurch hätte er sie ja weiter zur dunklen Seite der Macht bringen können, was er ja wollte. Aber selbst hier, auch hier fängt es erst an, sobald es interessant wird, sobald sie den Helm aufsetzt und dann ist die Episode vorbei. Genau, richtig, exakt. Ich meine, also zum einen bin ich nach diesen Folgen, nachdem wir jetzt die ganze erste Staffel gesehen haben, der absoluten Überzeugung, das Ding hättest du am Stück releasen müssen. Das wöchentlich rauszuhauen, war keine gute Idee. Das am Stück, am Wochenende durchgebingt, wäre es vielleicht nicht ganz so desaströs gelaufen, könnte ich mir vorstellen. Weil am Ende natürlich doch ein paar Sachen dann so ein bisschen aufgelöst werden. Aber was mich halt dann auch wieder ein bisschen geärgert hat, nein, das hat mich sogar eigentlich sogar ziemlich geärgert, ist, dass dann mitten in der fünften, in der sechsten Folge wird dann auf einmal die Politik aufgemacht. Da dachte ich mir so, ach come on, echt jetzt? Als dann nämlich hier, wie heißt sie, die Venestra dann anfängt mit dem Senator zu quatschen, der dann irgendwie die Jedi dann doch jetzt mal einem Untersuchungsausschuss unterziehen will und so weiter. Finde ich alles super spannend. Ja, also das, das finde ich total klasse. Ich fand, das war für mich ja auch immer der, der stärkste, also der stärkste Teil von Endor war halt auch nicht Endor für mich, ja, sondern der stärkste Teil von Endor war alles, wenn Endor nicht drin war. Ja, also für mich halt, ja, den ganzen politischen Kram, dass ich hätte gerne ein House of Cards in Coruscant, boah, das fände ich geil, ein gutes House of Cards in Coruscant, das, das wäre richtig gut. Ja, das würde wahrscheinlich auch funktionieren und wir haben mit Venestra einen Charakter, der so viel Potenzial hat, dass man wieder aufwühlen kann. Ich weiß nicht, ob du ansatzweise was von der weißt, von der Jedi-Meisterin. Nein, erhelle mich. Sie ist seit Anfang der High Republic Release Reihe mit drin, also die ersten Bücher, die hier auch ungefähr ein paar Jahrzehnte oder neunert Jahre davor spielen, da ist sie als junge Jedi dabei. In den ganzen Büchern, die bisher da raus gekommen sind, ist sie erst ein Hintergrundcharakter und wird immer wichtiger und man sieht ihre Entwicklung in der ganzen Reihe. Ich habe mich nämlich auch nochmal bei ihr eingelesen in meinem Wikipedia-Wikipedia-Wissen und dann ist mir aufgefallen, okay, ich habe ja die ersten zwei High Republic Bücher gehört, beziehungsweise fast ganz gehört, weil ich mitten drin aufgehört habe und in der Tat ist sie da erwähnt worden und mir ist es nicht aufgefallen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es gelesen habe und dann habe ich mich ein bisschen weiter eingelesen und es gibt super viel Hintergrundmaterial zu ihr, wie ihr Weg ist, wie ihre Entwicklung ist, wie sie sich charakterlich verändert hat, aber da spürt man halt nicht ansatzweise was von in dieser Serie. Also du meinst, da ist, also das heißt, diese Ränkespiele, die sie da offensichtlich erschmiedet, die kommen viel zu kurz, da bin ich vollkommen bei dir. Sie kommt als Charakter viel zu kurz. Wir mussten erst mal die fünf Freunde der Jedis loswerden, damit wir uns irgendwie ansatzweise auf sie konzentrieren und dabei hätte sie das Potenzial gehabt, so richtig der, keine Ahnung, der Qui-Gon Jinn oder der Obi-Wan Kenobi dieser Ära zu sein, weil sie einfach so viel Hintergrundstory schon geschrieben bekommen hat. Ja, was dann wahrscheinlich wie bei dem einen oder anderen dann wieder mit so einem Nebensatz angedeutet wird, wie zum Beispiel diese Raumkatastrophe, die da stattgefunden hat und so weiter, die war ja wohl auch bei. Das habe ich erkannt, als die es reingesetzt hat, denn ich habe mal ein Easter Egg aus der High Republic erkannt. Das war der Auslöser, dass die Geschichten in der High Republic erzählt wurden, wurde diese Hyperspace-Katastrophe. Kann ich gerne gleich was zu sagen. Ja, mach ruhig mal, also weil das wurde auch so ein bisschen gedroppt, diese Hyperspace-Katastrophe. Ich habe dann, mir sagte es gar nichts, weil ich mich um den High Republic-Kram noch gar nicht gekümmert habe. Ich habe aber dann festgestellt, dass das doch schon so ein Ereignis war, was von Disney Star Wars, das meine ich jetzt gar nicht abwerten, sondern einfach ist halt so, wirklich auch konsequent in den Expanded Universe-Geschichten durchgezogen wird, bis hin in die in Anführungszeichen Gegenwart Mandalorian und Co., weil immer wieder, ja, Teile dieser Katastrophe immer noch auftauchen. Genau, es geht nämlich darum, dass vor x Jahren im Hyperspace ein Unfall passiert ist. Also, dass ein Schiff ein Unfall oder zerbrochen ist, während einer Hyperspace-Reise. Und dadurch, dass sie mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs war und dass das so passiert ist, ist am Anfang sind ganz viele, wo es in ganz verschiedene Richtungen weggestoßen, vor allem im Outer Rim. Und die einzelnen Stücke sind mit Lichtgeschwindigkeit dann aus dem Hyperspace rausgekommen und wenn man Pech hatte und die auf dem Planeten getroffen sind, hat das eine Katastrophe ausgelöst, weil, stell dir vor, ein Asteroid mit Lichtgeschwindigkeit auf dem Planeten drauf, das macht ordentlich Wumms. Und da sind wirklich Milliarden von Leuten gestorben, von Lebewesen und viele Planeten komplett zerstört worden dadurch. Am Ende ist es rausgekommen, dass dafür die Nihil verantwortlich waren, so eine Gruppierung, die auch im Hintergrund mit verantwortlich dafür waren, diese Hyperspace-Routen überhaupt herauszufinden. Das ist alles sehr verwoben da drin. Es geht genau um diese ganze Hyperspace-Story, wie Reisen im Hyperspace möglich sind, wer diese Routen rausgefunden hat und wie diese Routen überhaupt entstanden sind. Und Auslöser dafür ist dieses Great Hyperspace-Desaster, was die erste Trilogie des Ganzen anstößt und auch ganz spannend ist, aber sich meiner Meinung nach Laufe der Story immer weiter verliert und beliebiger wird. Deshalb habe ich auch damit aufgehört. Aber als Insiding Incident, also als startendes Ereignis dafür war es schon ganz spannend und das weiterhin jetzt hier das Einfluss hat, auch 100 Jahre später, fand ich interessant, dass es einer der Planeten ist, die halt von einem dieser Hyperspace-Projektile getroffen worden wurden und deshalb das ganze Leben da ausgelöscht wurde und dann diese sogenannte Virgins aufgetreten ist, wo die Macht wieder neu Leben erschaffen hat. Das ist scheinbar der, das Ereignis, was die Ecolite auslöst. Okay, interessant. Also ich weiß, dass es dann in Comics ab und zu nochmal, ja, dann nochmal vorkommt. Aber ja, das, wie gesagt, das sind solche Bits, die da reingeschmissen werden. Das ist jetzt auch, mein Gott, das ist ja, daran krankt die Show, jetzt weiß Gott nicht, ne? Aber ja, ich skippe ja gerade noch mal die Folge so ein bisschen durch und ich überlege ja immer noch die ganze Zeit, woran erkennt jetzt ehrlich gesagt eigentlich der Soul, dass das May ist und nicht Osher. Und ist denn dieser Droide der Hinweis, weil der jetzt rote Lichter hat und keine, keine weißen Lichter mehr? War es dann das? Ich glaube, es waren ganz viele Kleinigkeiten plus, dass er sich am Ende mit Basil abgesprochen hat. So kam es mir jedenfalls vor. Ja, okay, irgendwie sowas, ne? Weil auf einmal ist sie dann, ist sie ja dann betäubt und zack, denke ich mir so, okay. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde ja den, wie heißt er, den, Moment, den, den Lee-Junge, den Schauspieler von dem Soul, der fiel schon gut, ne? Also, ich kann so nicht sagen. Ja, also absolut, der gefällt mir auch als, als, als Jedi-Master gefällt der mir wirklich gut, so als, als, als ein bisschen gebrochene Figur, vielleicht ein bisschen asiatisches Overacting, aber okay, gut, das ist ein Sehgewohnheiten, das will ich ihm gar nicht vorwerfen und der geht ja am Ende von dieser Folge auf eine Mission, da fragen wir uns ja schon, was hat er eigentlich vor, ne? Und am Ende des Tages sind ja eigentlich nur sowieso nur zwei Planeten interessant für diese ganze Serie. Braddock und wie heißt der andere? Ich will immer Kashyyyk sagen, aber das ist ja gar nicht Kashyyyk. Ach so, von dem Mookie, der Planet. Genau, ja, also fällt dir ja gerade auch nicht an. Hofer? Irgendwie sowas. Und er erkennt also, Osha betäubt sie, sie haben nochmal einen kleinen Dialog vor, der aber auch leider auch, da geht's halt nicht in die Tiefe, wie wir gerade eben gesagt haben, dieses Challengen des Anderen, das, das wäre spannend gewesen, aber das kommt nicht. Und ja, hättest du so eine Geschichte geschrieben, dass beide voneinander wissen, dass er es rausgefunden hätte und sie so ein bisschen herausfordert, so ein bisschen, dass er möchte, dass die sich selbst offenbart, dass sie vielleicht ein paar Geheimnisse rausbringt und dass er sie vielleicht teasert mit Sachen, die er weiß, die sie noch nicht weiß, aber das findet ja nicht wirklich statt. An der Stelle möchte ich gerade, wo du es gerade so erzählt hast, fällt mir ein, dass es so eine Szene gibt, also nicht in dieser Serie und auch nicht bei Star Wars, aber es gibt so eine Szene und sie ist bei Alfred Hitchcock zu sehen, nämlich bei Anruf Mord, Dial M for Murder. Und da gibt es eine Szene relativ am Anfang, in der der Toni, der Bösewicht, das ist auch jetzt kein Spoiler, also A ist der 50 Jahre alt und B ist das auch ganz am Anfang, sozusagen seinen Mörder, seinen Helfershelfer, wie soll ich sagen, erpresst. Und das ist ein Dialog zwischen zwei Männern in einer Wohnung, in einem Wohnzimmer, der 25 Minuten geht und der ist nicht eine einzige Sekunde langweilig. Nicht eine einzige Sekunde. Also selbst wenn man sich den ganzen Film gar nicht anguckt, schaut euch einfach nur diese 25 Minuten an, wie Toni auf Charles trifft und wie dann so ganz langsam seinen Plan vor ihm ausbreitet und den so in seine Fänge kriegt. Das ist sensationell, habe ich vor ein paar Wochen erst nochmal gesehen, deswegen fällt sie mir jetzt gerade wieder ein, weil wir dann nämlich, als ich Pause gemacht habe und auf Klo musste, gesehen haben, alter, die Szene ging gerade 25 Minuten und sie ist einfach keine Sekunde langweilig, weil da sitzt alles. Schauspiel sitzt, Dialoge sitzen, Inszenierung ist gar nicht viel Kameraarbeit, ganz wenig, aber ist trotzdem da. Da passt einfach alles und du hast einfach Exposition über Exposition über Exposition über Exposition, weil dir sozusagen der ganze Plot erstmal erklärt wird, damit du später den ganzen, den eigentlichen Mordversuch dann sozusagen checkst und die Auflösung dazu. Ja, also muss dir der ganze Plan vorher erstmal erklärt werden. Aber das ist, so macht man das. Das ist so eine Szene, die müsstest du eigentlich jedem Drehbuchstudenten zeigen und sagen, Freunde, das ist der Goldstandard, go for it. Ja, oder mein immer wieder gutes Beispiel, Breaking Bad, der in der Moment, wo Hank und Walter vor der Garage zusammenstehen und beide voneinander wissen, dass beide voneinander wissen, was der andere macht und sie erstmal umeinander herumtänzeln, bis der große Clash kommt und Hank ihm eine reinhaut, als es, als es deutlich wurde. Also das ist, das ist auch so großes Kino, aber Vince Willigen ist halt auch ein anderes Niveau, als was wir hier präsentiert bekommen haben. Ja, und da frage ich mich aber halt wirklich, wo ist denn dann der Adult in the Room sozusagen? Ja, bei 180 Millionen Dollar, da kann man doch mal, aber gut, auf der anderen Seite ein großer Name ist halt noch, kein großer Drehbuchschreiber, ne? Und wir sind hier weiterhin in einer Disney-Maschinerie, wo natürlich Talent eingekauft wird, was massengefällige Skripte schreiben kann und was nicht vielleicht die Tiefe schreibt, sondern für die Allgemeinheit schreibt. Ja, offensichtlich ja nicht. Und wenn wir jemanden haben, der es doch besser kann, der wird dann eingeschränkt in seiner Vision und kann das nicht machen, was er eigentlich macht. Wir haben ja, die holen ja sich immer mehr Indie-Künstler, Indie-Regisseure, Indie-Autoren da rein, aber scheinbar kommen die ja nicht mit dieser Disney-Maschinerie klar, um ihre Kreativität zu entfalten, die sie in ihren eigenen Produkten gezeigt haben. Ja, und es gibt ja auch Drehbuchschreiber, die kriegen den Oscar und können dann mit anderen Genres halt leider trotzdem nicht umgehen. Ich gucke niemand an. Ich gucke niemand an. Oder so, falscher Einsatz, das ist natürlich auch wieder das, ne? Ja, dass wir halt Indie-Filme halt einfach keine Blockbuster sind. Naja, gut. Also der, der Soul geht auf seine eigene Mission, wir wissen in der Folge noch nicht warum. Ja, und dann hast du es gerade eben, und die Venestra kommt zum Wookiee-Planeten, ist nicht Kashyyyk, wir nennen ihn jetzt Wookiee-Planeten oder vergessen haben, wie er heißt, und gehen da jetzt sozusagen auf die Reise. Ja, und dann setzt sich natürlich beim Quimier dann die, die Osha den Helm auf. Und von dem Helm war ich so ein bisschen, ha, enttäuscht. So, weil der kann ja gar nichts. Weil sie es nicht mehr erklärt haben? Ja, auch, aber gar nicht mehr hat er gesagt, das ist so ein, wie hat er gesagt, Deprivation Helm, ne? Also so, der halt alle Sinneseindrücke abschottet. Aber dann frage ich mich, wozu dann noch den Seeschlitz? Also den hätte ich mir halt dann auch geklemmt. Was halt auch irgendwie geil gewesen wäre, wenn das sozusagen so ein Helm gewesen wäre, auf den du dich nur voll und ganz auf die Macht konzentrierst, weil alles andere, also wo du sozusagen gezwungen bist. Ich meine, Luke sieht mit dem Visier ja auch nichts, aber er hört ja noch was. Weißt du? Und wenn du da so einen Helm hättest, der wirklich sozusagen deine Sinne am Kopf alle abschaltet. Und dann hätte ich mir so ein Ding auch ein bisschen technischer gewünscht. Einfach nur so. Ja. Ja, mit Display drin. Exakt. So wie immer es von Vader Helm und ähnlichem. Ja, genau. Anstatt einfach nur so einen komischen Chromdeckel da. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, Punkt. Also das war so das Ding, wo ich mir dachte, ach, ja, jetzt hat die da so einen komischen, das ist, als Kind mir den Kopf, der Topf auf den Kopf gesetzt hat und um Ritter gespielt hat, dann war das halt mehr oder weniger auf dem gleichen Level. Ich habe gerade gegoogelt, weil ich nochmal nach diesem Material gucken wollte. Und habe dann einfach mal Stranger Helm mit Star Wars eingegeben. Kann man schon ganz viel von kaufen, diesen Helm. Oh, okay. Aber der sieht gar nicht mal so gut aus in den Versionen, die man kaufen kann. Ich hatte den ein bisschen schwärzer anstatt in diesem braunen in Erinnerung. Hm. Okay. Unterschiedlich. Es gibt diese Haskell-Black-Serie, den gibt es da für 125 Euro. Okay, also der übliche Kurs sozusagen. Ja, genau. So, dann würde ich mal sagen, lass uns in die Folge 7 springen. Entscheidungen. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt die Folge, auf die wir die ganze Zeit schon so ein bisschen gewartet haben. Denn sie erklärt uns sozusagen, was auf der anderen Seite des Klosters passiert ist, dass wir Folge 2 gesehen haben. Oder was Folge 1, Folge 1 oder 2 gesehen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ah, das war nicht sonderlich gut und auch nicht sonderlich clever gemacht. Also da haben wir, glaube ich, sehr viel Hoffnung reingesetzt, die von meiner Seite aus nicht erfüllt wurde. Und vor allem, weil ich auch viele Dinge überhaupt nicht richtig gecheckt habe. Da muss ich sagen, ist die Serie wirklich für mich jetzt auf einem Level angekommen, wo ich sagen muss, ich habe auch überhaupt nicht mehr alles verstanden. Und ja, wollen wir es mal besprechen? Wollen wir es mal besprechen? Bin ich völlig bei dir. Ich glaube, ich habe das meiste verstanden, aber ich war nicht sehr überwältigt von dem, was uns da präsentiert wurde. Es sind ein paar logische Auflösungen mit dabei gewesen, die man sich hätte denken können. Aber es kam jetzt nicht dieser riesen Twist. Und dann wieder die Begründung, warum gewisse Sachen passiert sind, kaufe ich denen nicht ganz ab. Weil es dann doch schon sehr übertrieben ist, dass so ein kleines Feuer plötzlich so groß ausbrechen kann. Oder dass einmal nur, wenn so eine Geistesverbindung gekappt wird, plötzlich der ganze Hexenkoven tot ist. Ja, also das war für mich mit der größte Punkt, wo ich so gedacht habe, hä, wieso sind die alle tot? So, okay. Also das ist auch keine Machtfähigkeit, die ich jetzt irgendwie so, es wird auch vorher überhaupt nicht gesagt. Oh, wenn man so eine telepathische Familie, irgendwie sowas. Oder er kann mir zeigen, also das kam so völlig aus dem Nichts und das, ja, das war wirklich... Auch wie es inszeniert wurde, das kam einem nicht vor, die sind ohnmächtig gewesen. Genau. Das war es, das hätte man gedacht, ja. Exakt. Das wäre doch auch noch weiterhin ein schöner Twist gewesen, die sind alle ohnmächtig. Ja. Die denkt, es wären alle tot, aber dadurch, dass sie durch Telepathie ohnmächtig geworden sind, geben sie vielleicht kein Lebenszeichen mehr von sich. Und trotzdem hat dieser Hexenkult da überlebt, vielleicht 16 Jahre und ist sogar mächtiger geworden. Das wäre doch mal was gewesen. Zum Beispiel. Das wäre völlig in Ordnung gewesen und ich hätte mir auch irgendwie noch eine Begründung gewünscht. Also wenn sie da war, habe ich sie nicht gesehen. Warum ist denn der Soul so blitzverliebt in die Usher? Ja. Also das... Das ist so ein bisschen, das ist der Qui-Gon-Effekt. Qui-Gon wollte ja auch unbedingt Anakin ausbilden. Ja. Auch. Ja gut, aber er hatte wenigstens den hohen M-Count, ja. Wenn man das jetzt so neu-franchise-mäßig sagt, ja. Ja gut, haben die ja auch. Ja, haben die ja auch. Ja. Also Soul, das ist schwer. Also er ist ja ein bisschen obsessed, muss man sagen. Absolut. Vor allem auch völlig ungerechtfertigt, dass er die da irgendwie retten will, weil er denkt, dass die Hexen die Bösesten überhaupt wären und dass dieser Kult, die missbraucht in irgendeiner Art und Weise, obwohl wir nicht mal Ansätze von Beweisen da haben. Er möchte sie, er hat so ein Retter-Syndrom, aber was völlig ungerechtfertigt ist. Entweder weil er völlig vereingenommen ist von den Regeln im Jedi-Orden und nichts anderes zulassen will oder weil er einfach nur sehr obsessive, compulsive disorder Jedi-Bereich hat. Keine Ahnung. Es war für mich auch nicht nachvollziehbar. Das fand ich schade. Da dachte ich, klar, das, was da am Ende bei rausgekommen ist, war dann mehr oder weniger seine Schuld. Dass er das initiiert hat, auch nicht komplett seine Schuld. Also komplett konnte man es ihm auch nicht zuschieben, dass er das alles nur auf sein Gewissen aufgeladen hat. Weil da sind ja noch ein paar andere Sachen geschehen. Aber dass er so involviert war in das Ganze und die unbedingt retten wollte, das habe ich charakterlich nicht nachvollziehen können. Nee, ich auch nicht. Das habe ich wirklich, also ich kann ja dann verstehen, dass er nur, weil er nur ein Kind retten konnte, dass er sich dann dafür verantwortlich fühlt. Das ist ja okay. Ja. Das verstehe ich. Und dass er auch nur eins retten konnte mit seiner Macht. Genau. Okay. Ja, das ist ja auch in Ordnung und da kannst du ja auch so einen Charakter dann mal wirklich, würde ich sagen, daran zerbrechen lassen, aber zumindest wirklich so eine Lebensschuld auf sich laden etc. Das finde ich ja auch super und das kann man ja machen. Nur diesen, wie du es gerade gesagt hast, so diesen initialen Punkt und man muss halt ganz ehrlich sagen, auch in dieser Serie, diese Schwestern werden ja nicht negativ dargestellt. Also das ist ja nicht so, als würden die da irgendwelche Kriegsverbrechen begehen oder die Kinder misshandeln oder so. Also offensichtlich geht es den Kindern gut. Das ist wie so eine übergriffige Jugendamtbeauftragte, die halt irgendwie glaubt, dass sie da so eine Agenda hat, die sie jetzt da durchdrücken muss oder so. Genau. Also ich habe es, ich habe wirklich nicht ganz verstanden, ich verstehe die Jedi an dieser Stelle nicht, weil ja, das Kind hat einen hohen M-Count oder so, aber dann würde man glaube ich nicht jetzt, entweder ist das wirklich so wichtig, dieses eine Kind, dass sie vielleicht da schon denken, that's the chosen one hätte sein können. Aber dafür ist mir dann ehrlich gesagt, der, dafür entscheiden die viel zu autark da. Also da hätten sie erst mal sagen müssen, ja okay, wir kommen dann nochmal, wir kommen dann Dienstag wieder, ja und bringen dann Yoda mit, ja. Ist doch so. Und auch diese Initierungen, die die bei den Kindern da machen, das hat ja scheinbar nichts bei May bewirkt in den Jahren danach. Hat die irgendwelche besonderen Kräfte danach bekommen, außer irgendwie so ein kleines Tattoo auf der Ecke. Ja, sie wurde irgendwie markiert als Nachfolgerin, als Boss des Hexenkults, aber auch, äh, auch die Argumentation von Soul, dass dadurch, dass May gestorben ist, man ja nicht mehr beweisen konnte, dass Osha durch diese Virgins kreiert wurde. Auch völlig unverständlich für mich, sollte man doch schon allein durch den M-Count irgendwie belegen können. Ja, welche Aufzeichnung oder, oder keine Ahnung was, also, und sie haben sie ja beide gescannt, haben sie die Daten danach weggeschmissen oder, ich meine so, ja so, ja. Auch Jedis können Bodycams ausschalten. Ja, genau, ja. Und, ja, also diese, diese ganze Geschichte war auch, dass der, der, der Torbin, ne, der dann einfach nur so ein, also, nur so, so ein Mac, ja, ah, come on. Ja. Ja? Nach Coruscant? Echt jetzt? Okay. Ich meine, wir sehen ja noch nicht mal, wie die, wir haben noch nicht mal das Gefühl, dass die da Wochen unterwegs sind. Denen geht es ja scheinbar gut. Ach, die waren da Wochen unterwegs? Ja, das war für mich so ein bisschen die Argumentation, warum der Torben ausgeflippt ist. Dass die jetzt nicht da eingreifen sollen, dass er endlich nach Hause will, dass er keinen Bock mehr auf diesen Planeten hat. Weil die ja scheinbar schon eine ganze Zeit lang da sind. Nur so konnte ich es mir erklären oder nur so habe ich es gesehen, dass er die Paranoia und das Heimweh bekommen hat. Ja, klar wurde er auch noch mal von dem Hexenkult einmal übernommen. Aber er hat ja vorher schon seine Probleme gehabt. Ja, allerdings. Wie fandst du eigentlich die Aging vom Soul? War okay. War okay, ne? Ja, hat man jetzt nicht viel von mitbekommen, weil so viele konnten sie das Gesicht jetzt auch nicht straffen. Ja, und dann, also wie gesagt, die Jedi, die suchen also diese Divergenz, beziehungsweise stoßen dann auf diesen Hexenkult, von dem sie vorher gar nichts wissen. Dann haben wir diesen noch mal parallel, so die Handlung von Osher und May, die irgendwie halt auch, das hat man in der letzten Folge schon besprochen, nur so semi Sinn macht. Und dann, ganz ehrlich, that escalated quickly, wo man ganz ehrlich sagen muss, so einen Moment mal, warum bringt Soul dann die Mutter Oberin um? Also warum schlägt er überhaupt mit dem Jedi nach ihr? Hat er gedacht, dass er den Nebel nicht töten kann oder was? Wollte doch mal gucken. Er wusste ja nicht, was da in dem Moment passiert. Ich glaube, er hat gedacht, da passiert irgendwas Böses. Und dementsprechend kling. Ja, also, er wollte es nicht. Dafür war sie mir dann aber schon zu neblig, ne? Ja, ich habe diese Kraft auch nicht ganz verstanden, was sie damit erreichen wollte. Wollte sie ihn übernehmen? Wollte sie ihn töten? Was wollte sie damit machen? Ich glaube, sie wollte, ja, eins von den Kindern hat sich ja schon aufgelöst, ich glaube Osher. Und sie wollte die Kinder auflösen mit sich zusammen und halt irgendwo anders hin apparieren. Okay. Das war so mein Ding, aber er sticht halt. Ja, sah ja auch wie ein Todesser aus. Ja, also, ja, ich meine, damit wird er halt dann wirklich natürlich zum Mörder. Wahrscheinlich wird es May gewesen sein oder doch Osher, keiner, ich weiß jetzt gar nicht, wer da steht. Und dann sagt sie ja noch, sie wollte ihr gehen lassen. Ja, Schätzelein, dann sag es halt gleich. Also, ich meine, klar. Man kann so viel umgehen, indem man einfach mal miteinander spielt. Ich weiß, ich meine, viele Filme wären zu Ende, wenn Menschen miteinander reden würden, aber... Ja, ja. Trotzdem, ja, May war es, ich sehe es gerade noch mal. Ja. Aber auch dieses Feuer, gut, wir haben gesehen, wie sich das schnell ausbreitet. Trotzdem haben die nicht Feuermelder drin, haben die nicht Feuerlöscher oder so. Die haben doch auch die Macht, um das Feuer zu löschen. Dann können wir, haben wir das nicht an irgendeinem Punkt schon mal gehabt, dass die Feuerlöscher mit der Macht gehabt haben? Haben wir sicherlich nicht. Nee, wir haben nur Flammen im Weltraum, aber... Flammen im Weltraum, ja. Aber, also, das glaube ich nicht, dass... Klar, diese Basis ist clever genug, einen Alarm auszulösen, aber nicht die Sprinkleranlage anzumachen. Ja, allerdings, allerdings, allerdings. Dafür kriegen wir wenigstens Städter eine Wookie-Action. Beim letzten Mal habe ich mich noch darüber beschwert. Und, scheiße, Mann, ich will mal eine ganze Truppe von Wookie-Jedis sehen. Das sah schon nice aus. Das war schon wirklich, das war schon, das hat schon Spaß gemacht, da zu gucken. Und das war auch, sah auch gut aus und war auch wirklich gut gemacht und war auch wirklich intens. Und an den Kämpfen lag es bei dieser Serie hier nicht. Also, die Kämpfe waren wirklich auf hohem Niveau, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die fand ich wirklich gut. Richtig gut choreografiert, muss man sagen. Ja, die fand ich wirklich richtig gut. Und die waren auch spannend. Die hatten auch, vor allem, die hatten auch, die hatten Kraft, die hatten so Gewicht, weißt du? Wenn die Lichtschwerter aufeinander getroffen sind, das hat schon so, schon richtig, schon richtig knallt, fand ich. Und so auch diese... Ja, aber es ist ja auch nicht mehr diese Kämpfe, die die im Moderneren oder in den Serien, in den Star Wars Serien zeigen, die sind ja auch nicht mehr ganz die Prequel-Tanz-Choreografien, die man hatte. Es ist ja nicht ein Yoda, der hin und her bouncet und alle sich nur so halb treffen und so ein bisschen Capoeira voreinander machen. Das hat ja schon mehr was mit Schwertkampf wieder zu tun. Ja, es hat mich ein bisschen an Tiger and Dragon erinnert, das Gefühl. Mhm. Ja, das war schon das. So, und dann kommt also dann die Trinity und treibt dann also die Hexen raus aus dem besessenen Wookie. Ja, und in der Tat... Dabei tötet sie sie alle. Und dabei tötet sie sie alle. Den Wookie aber nicht. Ja. Okay. Weißt du, ja, wenn du im Traum getötet wirst, dann wirst du auch im echten Leben getötet. Ja, ich weiß nicht. Also, ach, I don't know. Ich könnte es mir erklären in dem Moment, dass sie sie vielleicht tötet, wenn die Verbindung zwischen dem Wookie und den Hexen getrennt wird, aber die Geister der Hexen noch im Wookie sind. Dann hätten wir einen Wookie mit multiple Persönlichkeiten und dann sind die Körper nicht mehr am Leben. Das wäre doch mal eine spannende Geschichte. Ein crazy Wookie. Ja, das stimmt allerdings. Das Problem ist dabei jetzt aber, dass ich durch diese ganzen What-the-Fuck-Momente, die jetzt aber halt nicht so Game-of-Thrones-What-the-Fuck-Momente, sondern eher so, hä, wieso? Ja. War ich noch so am Nachdenken, dass dann der eigentliche Höhepunkt, nämlich die Entscheidung von Soul zwischen Osher und May bei dieser Brückenszene, die konnte ich halt dann überhaupt nicht mehr wirklich würdigen, weil ich eigentlich die ganze Zeit nur kopfkratzend da saß und dachte, was ist denn jetzt eigentlich alles passiert? Ja. Und die Frage ist ja, scheinbar setzt er seine Kräfte ja, diesen Spürsinn setzt er ja selten ein, sonst hätte er ja gemerkt, dass sie in so einem Abfluss davon gekommen ist. Ja, anscheinend. Aber das erklärt dann auch wiederum, warum man nicht merkt, dass May und Osher sich vertauscht haben. Vielleicht, ja. Ja, und dann ist die Folge auch schon zu Ende und dann haben wir noch einen übrig gehabt, die dann allerdings, ja, ich will nicht sagen, mehr Fragen als Antworten, aber sind wir befriedigt rausgegangen aus dieser Serie. Sprechen wir über die Folge 8, die Akkolytin. Jetzt heißt es wirklich so und, ja, du hast es vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, hier geht es um Love Stories, hier geht es um Asteroidenfelder der Woche und hier werden auf einmal dann doch recht interessante Hintergrundgeschäfte aufgemacht, nämlich im Senat und zwischen den Jedi, was ich dann wieder sehr interessant fand und am Ende hat auch diese Serie keine Eier in der Hose, aber da sind sie ja nicht die einzigen. Wollen wir der Reihe nachgehen. Wir erfahren jetzt also ein bisschen mehr, ja, du sagst, vorher hast du gesagt, sie haben eine Liebesgeschichte oder eine angedeutete zwischen Osher und Quaimia rausgeschnibbelt. Ja, sie haben einen Kuss rausgeschnibbelt. Sie haben sich wirklich wohl in den Filmaufnahmen, die sie gedreht haben, einmal geküsst. Aber dann im Editroom, in der Postpro, haben sie es wieder rausgenommen. Da ist es dir auf einmal aufgefallen, hoch, das geht ein bisschen schnell. Ja, das ist nicht verdient, dieser Twist. Ja, die haben sich jetzt zwei Folgen gesehen. Klar, da kann man schon sagen, sie ist jetzt mit ihm auch abgehauen. Okay, vielleicht sind da Gefühle da. Aber das hatte ich auch nicht die ganze Zeit das Gefühl. Sie haut ab, weil sie dann doch den Pfad von May weitergehen will, wo May nicht stark genug dafür ist. War es so? Habe ich so richtig verstanden? Ja, irgendwie sowas, ja, genau. Naja gut, und dann geht es weiter an der Stelle, wo wir in Folge 6 Soul verlassen hatten. Nämlich mit May auf dem Bett festgeschnallt und die sich mal aussprechen. Wo also dann der Soul anfängt, so ein kleines Geständnis zu machen. Und wo er dann eben sagt, ich bedauere, dass ich euch beide nicht retten konnte. Ja, und dann sagt er eben auch, dass Osher und May ja gar keine Zwillinge sind, sondern sozusagen eigentlich eins. Also ein einziges Wesen, sozusagen. In zwei Körpern. Genau, in zwei Körpern, aufgeteilt in zwei Körpern. Vielleicht hat ein Körper die ganze Macht nicht ausgehalten dafür. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann es mir, das ist auch diese ganze Rey und Adam Driver, wie heißt er nochmal? Kylo Ren. Ich habe es mit Namen heute wieder. Kylo Ren. Rey und Kylo, die ganze auch, Rey und Kylo Ren. Rey und Kylo Ren, so ungefähr. Das ist die Geschichte mit denen, dass diese Triade in der Macht sind. Das habe ich nie ganz verstanden. Das habe ich nie ganz hintergeblickt. Ich habe mir es angelesen und ich habe es versucht zu lesen, aber ganz dahinter bin ich nicht gekommen. Also sie haben eine gewisse Verbindung miteinander und wurden auch entsprechend geschaffen. Keine Ahnung. Und das soll ja hier dann wieder ähnlich sein. Das ist eine Person, zwei Personen, eine Person in zwei Körpern. Es ist ja trotzdem dann ein Zwilling, also rein technisch gesehen. Ja, also dafür sind mir die Schwestern dann auch irgendwie zu ähnlich. Also dann hätte ich wirklich eine abgrundtief, also hätte ich so Yin und Yang gemacht. Weißt du, so abgrundtief böse und super gut, aber so ein klitzekleiner Spot beim anderen halt auch drin. Aber dafür sind mir die beiden ehrlich gesagt zu lieb gewesen. Also, boah. Ja, so wie man es, war das nicht irgendwie in Star Trek, sogar in irgendeiner Folge, dass jemand in Gut und Böse aufgetrennt worden ist und der eine war richtig gut und der andere war richtig böse? Gab es doch immer. War das nicht beim Ryker Splitting irgendwie? Ich wollte gerade sagen, genau, in jeder, jede Transporter-Unfall-Folge. Also mit Rykers bösen Zwilling war es doch auch irgendwie so in der Richtung, ne? Ja, sowas in der Art ganz genau oder Data und Lore so ein bisschen genau. Genau, Data und Lore sind ja, ja, das ist ja noch wieder was anderes. Aber ja klar, ich verstehe, dass man es ein bisschen, man hat, wenn man Overacting mit reinbringt, dann lass es doch noch mal reinhämmern und lass die eine richtig böse sein und viele killen und die andere richtig gut, dass sie immer in Frieden leben, Frieden leben will und während der Serie entdecken. So eine Gandhi-Figur halt, ja? So eine Jesus oder Gandhi. Und dann merken sie trotzdem diese Anziehung, die zwischen denen besteht. Und klar haben sie früher auch schon immer gesagt, always two, but live as one, so wie wir es da hatten. Aber dann merken sie, oh, wir sind wirklich diese eine Person. Deshalb, das erklärt alles, warum wir uns immer so gefühlt haben und warum wir einfach, warum ich nie gut sein konnte, warum ich nie böse sein konnte. Und jetzt brauchen wir nur noch das Ritual, um uns zu vereinigen. Ja, irgendwie sowas in der Art. Naja, die May kann dann entkommen, dann gibt es das Asteroidenfeld der Woche. So viel gibt es da ja von gar nicht und dann landen sie wieder auf besagten Planeten, dessen Namen uns gerade nicht einfallen will. Und dann fängt eigentlich so ein bisschen der, der für mich dann interessantere Part an, wo sie mich dann doch irgendwie ein bisschen hatten. Das war dann nämlich, als der, ja, Senatsteil und der Intrigenteil losging. Ja, da hatten sie mich dann ehrlich gesagt, wo dann die Venestra dann eben von dem Senator, der gespielt wird. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Der hat den David, hat der nicht den David Palmer gespielt, den Präsidenten bei 24? Ja. Jetzt muss ich gerade mal eben, ja, okay. Nee, Moment, war das der, war es das der Dave Palmer? Der hat auf jeden Fall auch im Arrowverse mitgespielt. David Harewood. David Harewood, okay. Ja, ja, Homeland. Ah, Homeland, ich wusste doch, dass ich den kenne, genau. Homeland und ja, Supergirl, ja, in dem Arrowverse war der, der, der Martian Manhunter. Ah, okay, alles klar. Ich wusste doch, dass ich den irgendwoher kenne. Ich hätte nur gedacht, er sieht dem aber wirklich ähnlich, dem aus 24 ist er aber nicht, okay. Und da fing für mich ehrlich gesagt so, ja, das Interessante an, ja. Das heißt, wir haben ja also einen Senator, der eigentlich das gar nicht so doll findet, dass die hier dann mehr oder weniger völlig autark machen, was sie wollen, ja. Der auch schon so ein bisschen andeutet, dass er das mit der Macht irgendwie eher für so Zaubertricks hält, ja. Also das ist ja mal, ich finde sowas gar nicht so dumm und das dekonstruiert für mich ja dann auch keinen geliebten Charakter, sondern das ist einfach in einer Riesenwelt von Milliarden von Bewohnern einfach auch mal eine andere Meinung. Ich stelle ja nur Fragen. Ja, 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 nur Fragen, ja. Also von daher, das aber, ja, es wird halt nur sehr, sehr vage angedeutet und die Velestra versucht halt dann noch irgendwie alles zu vertuschen, nämlich die, diese ganzen Morde beziehungsweise die, den Zwilling oder die Zwillinge und am Ende, ja, treffen sich dann halt alle wieder auf, Braddock oder wie der Planet heißt, aber vorher, vorher sehen wir noch eine Gestalt im Schatten. Und dann sehen wir doch tatsächlich, und ich glaube, das, ich glaube, es ist sogar bestätigt, es ist auf jeden Fall die gleiche Spezies, ist bestätigt, okay, dann ist es bestätigt, dass es, also. Ja, es ist bestätigt, dass es Darth Plagueis ist, die wollten die nicht vorher stärker breiten. Sollte es eine Staffel 2 geben, werden wir mehr von Darth Plagueis erfahren, aber ich denke, wir werden keine Staffel 2 bekommen, jedenfalls nicht mit den Diskussionen und wahrscheinlich den Einschaltquoten, die die Serie hatte. Warte mal ab, können wir uns immer überrascht werden, aber es ist bestätigt worden, auch von der Showrunnerin, dass es sich in der Tat um das Plagueis handelt. Tada! Nach 100.000 Jahren gefühlt, es ist doch Snoke oder es müsste doch irgendwie sowas sein, ja. Und da ist er und hier ist er und bla. Da taucht er dann endlich mal auf, für alle, die jetzt gerade irgendwie nicht wissen, wer Darth Plagueis ist, das ist derjenige Sith von dem Palpatine in, war es, Revenge of the Sith? Episode 3 erzählt. Genau, in Episode 3 Anakin erzählt, wo er ihn erst auf die Idee bringt, Anakin, er könnte ja Padme retten, wenn sie denn mal stürbe. Und war es nicht sogar, sogar das Palpatine an der, 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 der Panaman? Sag mal bitte Palpatine, du sagst immer Palpatine, aber sag mal bitte Palpatine, so wird er ausgesprochen. Ja, okay, zumindestens versuche ich es. Und der Palpatine, der Imperator halt so, der war doch mal der Schüler von Plagueis. Genau, genau und wie die Geschichte erzählt hat, da ist Plagueis wohl rausgefunden, wie man mit der Macht unendlich leben kann, sein Leben verlängern, sogar ein Leben erschaffen kann am Ende. Und das sind viele, viele Spekulationen und Diskussionen und Theorien rund um Plagueis. Ich glaube, im EU war der sogar auch nochmal näher beschrieben. Ich glaube, es gibt sogar eine ganze Geschichte rund um Palpatine und Plagueis, wie er angelehrt wird. Aber ja, die Theorie geht so, dass Plagueis und die Sith vor ihm schon versucht haben, lange versucht haben, die Macht zu nutzen, um ewig zu leben. Beziehungsweise um Leben zu erschaffen. Und dass sie am Ende Palpatine und Plagueis zusammen sogar Anakin erschaffen haben. Dass sie dafür verantwortlich waren, dass die unbefleckte Empfängnis von Smee, so hieß sie dann doch irgendwie, stattgefunden. Schmee, Schmee. Dass sie Anakin bekommen haben. Die sollen wohl verantwortlich dafür sein, was Palpatine, glaube ich, in den Sequels sogar bestätigt hat, indirekt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und viele vermuten, dass das vielleicht sogar hier auch auf ihn zurückgeht und die ersten Experimente von ihm sein könnten, die beiden Zwillinge. Also, beziehungsweise der eine Zwilling, sag ich jetzt mal. Glaubst du denn, dass der Kaimir von ihm weiß? Ja. Er weiß von ihm. Das ist ja sein Meister. Und das ist ja die Regel, diese immer nur ein Meister und ein Schüler. Das wird ja noch spannend, wenn die Meisterschülerregel eingehalten wird und Kaimir May, äh ne, Osha ausbilden soll. Dann darf einer von denen definitiv nicht überleben. Wir wissen ja, dass scheinbar Kaimir und Osha beide nicht überleben, wenn es nicht irgendein Loophole da reingeschrieben wurde. Weil wir ja letztendlich seinen richtigen Schüler Palpatine hatten, der ihn dann im Schlaf ermordet. Mhm. Ja. Und ich hab gesagt, sie treffen sich alle wieder auf Braddock. Und ja, da gibt's halt den nächsten Showdown zwischen Kaimir und Sol. Und die beiden schenken sich nix. Und parallel dazu gibt's halt eben auch einen Kampf zwischen Osha und May. Die treffen auch aufeinander. Die schenken sich auch nix. Da war es witzig zu sehen, dass sie den Kampf, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, so inszeniert haben, dass sie beide immer exakt das gleiche machen. Nicht permanent, aber fast immer. Das heißt, die kämpfen also gespiegelt. Das fand ich mal ganz nett. So dieser Aspekt des Zwillings. Und ja, wie gesagt, wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, über die Kämpfe. Das war echt, das hat Spaß gemacht. Das war mal ein anderer Twist, dass auch das Lichtschwert dann von dem Kaimir kaputt geht. Aber er hat ja dann noch sein, sein Kleines, mit dem sie dann kämpfen. Und nachdem... Er holt das Kleine aus dem Großen raus, richtig? Genau, er holt das Kleine aus dem Großen raus, ganz genau. Und nachdem sie dann alle so in Pat-Situationen sind, also Soul Kaimir nicht besiegen kann und Osha auch Meh irgendwie nicht besiegen kann und sich dann alle am Ende im Hof in der Mitte treffen. Ja, da kommt dann der große Twist, der große Reveal, wo ich mich richtig aufgeregt habe, um es danach... Ich muss es dann jetzt wohl revidieren, aber das konnte ich nicht wissen. Also, Osha tötet dann in der Tat Soul per Force Choke. Ja. Und was ich nicht wusste, deswegen habe ich mich beim Gucken, saß ich da und dachte so, nein, das funktioniert so nicht, das funktioniert so nicht. Also, ich bin immer noch der Meinung, dass das so nicht funktioniert. Als ich dann das Lichtschwert rot färbte. Und dann habe ich so... Ja, aber das ist ein korrumpierter Kaiber-Kristall. Ja, aber ich wusste nicht, dass in Jedi Survivor das etabliert wird, dass das auch on the fly passieren kann. Ah, okay. Und wenn das vorher noch irgendwo stand, dann, lieber Hörer, schreibt es uns in die Kommentare. Mir war das neu. Ich dachte auch, dass die halt einfach sich einen Kaiber-Kristall holen, der ist halt rot. Und fertig aus, so wie sich halt manche ihre Farbe halt dann sozusagen so auch aussuchen, wenn sie da auf ihre Mission geschickt werden. Dass der sich so on the fly beim offenen Strahl verfärbt, das wusste ich nicht. Aber wie gesagt, das ist in Jedi Survivor ist das... Ich habe es nicht gespielt, deswegen ist das etabliert worden, anscheinend. Aber es war trotzdem irgendwie so... Ah, okay. Und da sind wir wieder bei... Ich habe die Blitzliebe von Soul für Osha nicht verstanden und ich habe auch jetzt diesen Hass, der sie dann dazu bringt, ihn zu töten, von Osha gegenüber Soul auch nicht verstanden. Es ist alles irgendwie so... Sie hat ja scheinbar das stärkere Potenzial für die dunkle Seite als May. Ja. Beziehungsweise May wurde ja schon von der dunklen Seite verführt und ist eher auf ihrem Redemption-Arc dabei. Und Osha muss erst nochmal der Seite verfallen und das merkt sie hier immer stärker. Wahrscheinlich, weil beide Zwillinge halt immer auf der dunklen Seite sein sollen müssen. Ja. Das mit dem Kyber-Kristall hat mich nicht gestört. Ich fand es ganz interessant zu sehen, weil ich nicht wirklich wusste, wie das Ganze funktioniert. Aber es machte für mich Sinn, dass der korrumpiert wurde, dass der verdorben wurde. Das passt dadurch, dass sie die dunkle Seite am Ende annimmt und auch das macht, was... Ja, Gegenfrage, warum ist dann der Kyber-Kristall von Anakin, warum ist das Lichtschwert noch blau? Warum ist das hier auch nicht rot geworden? Dann wusste man es ja noch nicht, dass es so sein wird. Ja, so. In der Tat, ja, hast du recht. Ja. Also ich weiß, dass... Also ich weiß, wie gesagt, ich saß vom Fernsehen und dachte wirklich so, nein, so funktioniert das nicht. Ja, und dann war ich wirklich so... Und ich finde das auch immer noch eine dumme Idee. Aber es ist wohl, wie gesagt, anscheinend in Jedi Survivor eingeschrieben. Ich habe sie auch deswegen jetzt bestellt. Ich will das jetzt wissen. Und ich spiele das jetzt so böse, wie es geht. Ich habe die Zeit, auf meiner PS5 zu spielen. Ja, ich auch nicht. Ich habe jetzt ein Steam Deck und kann darauf spielen, aber Jedi für Survivor ist es wohl zu schwach. Okay. Obwohl man das Fallen Order darauf spielen kann. Dann muss man vielleicht doch nochmal schauen. Aber ja, ich fand viel schlimmer, also den Kyber-Kristall fand ich gut. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie es bei Anakin gewesen ist, beziehungsweise hatte ich es nicht genug im Kopf, wann es gewechselt ist in die rote Farbe. Die müssen sich halt dann ihr neues Lichtschwert und müssen sich auch einen neuen Kyber-Kristall holen, so dachte ich. Nur die holen sich dann halt noch. Aber das wurde nie gezeigt bei Anakin, oder? Nein, das wurde, glaube ich, noch nie. Also ich will nicht ausschließen, dass es in irgendeinem Spiel mal irgendwann irgendwo eine Mission gab, wo man das mal gemacht hat. Aber diese Umfärbung, die habe ich noch nie live gesehen. Wie gesagt, angeblich halt in dem Spiel. Vielleicht steht es in irgendeinem Buch. Klärt uns auf, wenn das irgendjemand genau weiß. Für mich war es schon ziemlich aufreger, als ich da vor der Glotze saß. Ich fand es viel schlechter nachzuvollziehen, wie Kai mir schnell in der Lage war, ihr gesamtes Gedächtnis von May zu löschen. Ja gut, okay. Das auch. Also wir haben doch gelernt, dass angeblich der Geist dafür anfällig sein muss, dass man ihn manipuliert mit der Macht. Na gut, sie will ja manipuliert werden. Ja. Und dass es dann bei einer mächtigen Machtnutzerin so einfach ist, mal eben ihr Gedächtnis zu löschen, wahrscheinlich musste sie sich drauf einlassen, das fand ich dann doch so ein bisschen den Jump to Shark Moment. Ja, komischerweise, das war für mich dann eben, weil ich mir gedacht habe, sie lässt sich, sie will es ja. Sie lässt sich ja drauf ein. Von daher war das ehrlich gesagt so, deswegen war das für mich. Also die Power an sich ist halt auch schon, ist schon ein Ticken drüber, aber okay, gut, das kannst du halt, du brauchst halt irgendeine Power, dann schreibst du sie halt ins Drehbuch rein, es gibt halt keine Regeln mehr. Das macht halt alles, ja, schwierig nur noch so ein bisschen, also nochmal, weil ich jetzt schon wieder die Kommentare höre. Ja, das ist eine Fantasy-Welt, da gibt es ja keine Regeln. Doch, es gibt auch in einer Fantasy-Welt Regeln, auf die ich mich als Zuschauer verlassen können muss, damit ich diese Welt an sich glauben kann. Und wenn halt alle Nase lang irgendwas dazu erfunden wird, was vorher nicht möglich war und das halt einfach übermäßig passiert, dann kann ich mich als Zuschauer auf gar nichts mehr einlassen und dann hat auch nichts mehr Bedeutung. Und das ist auch halt ein Problem bei Star Wars, wenn halt in manchen Serien Lichtschwertstöße in dem Bauch jetzt einfach zu überleben sind und hier eine Jedi-Trinity von einem Messer dann hops geht, dann stimmt halt einfach das Verhältnis nicht mehr. Ja, ja. Und deswegen muss ich in meiner Welt konsistent bleiben und dazu zählen halt eben auch, dass ich meine Charakter nicht mit beliebig vielen Machtattributen völlig overpowere. In dem Spiel ist das was anderes, da hab ich halt Gameplay-Restriktionen, da steht das Gameplay im Vordergrund, ja. Und deswegen macht es da durchaus Sinn, dass ich mich vielleicht irgendwie instant heilen kann und so ein Kram, ja. Aber deswegen muss ich das halt noch lange nicht jetzt auch in so eine Realserie übertragen, weil es vielleicht dann einfach den Plot einfach zu beliebig macht und dann halt auch keine Dinge mehr auf dem Spiel stehen, weil du ja im Hintergrund immer weißt, ja, pff, no one's ever really gone. Ja, beziehungsweise du weißt nicht, welches Regelset jetzt angewendet wird. Exakt, ganz genau, ganz genau, ganz genau. Naja, am Ende gibt es keinen Kuss zwischen Kwai Mir und Osha, sondern das sind jetzt so Bonnie und Clyde. Was ich ehrlich gesagt nicht dumm finde, also das ist mal was Neues, so ein Love-Couple, ja, die so ein bisschen böse unterwegs sind, warum nicht, finde ich super. Ich finde es schwieriger bei den beiden, dass es doch etwas überstürzt ist und dass Kaimir viel mächtiger dargestellt wurde in den vorherigen Episoden, als er hier wirkt. Er lässt sich ja auch komplett auf sie ein, obwohl sie einfach nur seine Schülerin sein sollte, die er ja auch manipulieren muss, damit sie vollkommen auf die dunkle Seite der Macht überwechselt. Das fand ich eher fragwürdig, dass sie am Ende, ja, ich habe das Händchen halt ein bisschen interpretiert im Jahr, die sind jetzt zusammengefangen und müssen jetzt zusammen überleben. Bonnie und Clyde habe ich da gar nicht so drin gesehen. Ja, okay, also das ist für mich, ich, mal gucken, ich meine, am Ende des Tages sind wir ja schon wieder da, weil jetzt halt May auf die Suche nach ihrer Schwester geschickt wird. Also warum löschen sie denn erst ihr Gedächtnis, wenn sie am Ende jetzt trotzdem wieder zusammenbringen wollen? Aber, okay, gut. Und dann anscheinend ist ja die Venestrati auch irgendeine Verbindung zu dem Kaimir. Ja, das hat man ja deutlich angedeutet bei Kaimir, dadurch, dass man seinen sehr verbrannten Rücken gesehen hat und Venestras Lichtschwert, das so eine Lichtschwertpeitsche ist. Die Lichtschwertpeitsche wurde auch in den Büchern schon etabliert, aber hier ist es natürlich eine totale Überraschung, dass ein Lichtschwert auch so eingesetzt werden kann. Aber diese visuelle Verbindung zwischen den beiden gibt es wohl und es wird angedeutet, dass er wohl ein Schüler von ihr gewesen sein könnte. Hm, ich bin gespannt. Und ja, dann gibt es noch eine Senatssitzung, wo also dann am Ende des Tages alles vertuscht wird. So halbherzig sind gespannt, wie es da weitergeht, wenn es weitergeht. Und damit es auch auf jeden Fall weitergeht und die Leute auch auf jeden Fall dranbleiben, muss man ja noch irgendwas, weil man seiner eigenen Show ja nicht vertraut, dass sie gut genug war, muss man ja am Ende noch irgendwas bringen, was die Leute kennen. Und wer bietet sich da an? Wir erwähnen, nein, wir zeigen am Ende, wenn auch nur von hinten, nochmal Yoda. Als Puppe, ne? Ja, ich glaube als Puppe, ja. Ja, also er ist während der Zeit der High Republic, ist er aktiv und ist er am Leben. 900 Jahre war er alt oder wie alt war er am Ende, dass er gestorben ist. Ja, sowas mit dem Dreh, ja. Ja, sie haben natürlich sehr viel herumgeschrieben, dadurch, dass wir hier quasi eine Splinter Group von Jedi hatten, die auch ihre eigenen Versäumnisse vertuscht haben. Klar, dass irgendwer da im High, er ist im High Council unterwegs, im Hohen Rat und ist sicherlich ein Ansprechpartner für viele, auch viele erfahrene Jedi. Ich war eher überrascht, da wir weiterhin keinen Aussagen von irgendwelchen Showrunnern oder Schauspielern glauben können, die uns irgendwas verklickern in Interviews, weil sie, die Leslie Headland, hat betont, dass wir jemanden wie Yoda in dieser Serie nicht sehen werden. Technisch hat sie recht gehabt, aber wir haben ihn, weil wir ihn nur von hinten gesehen haben und er hat mit niemandem interagiert. Trotzdem, ja, ist halt Marketing, bla, was man sagen will. Ist okay für mich, aber nur okay, wenn wir eine zweite Staffel bekämen und Yoda eine gewisse Rolle spielen würde in dieser zweiten Staffel. Ja, es wird spannend werden, ob da eine zweite Staffel kommt. Ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, und da habe ich noch so ein bisschen Hoffnung. Wir sind ja hier ein hoffnungsvoller Podcast. Die Hoffnung hatte ich auch bei Rings of Power und die Hoffnung hatte ich auch bei Star Trek Discovery nach der ersten Staffel. Ich habe hier die Hoffnung, dass der Backlash hier ist ja doch schon kräftig ausgefallen. Da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man das wegignorieren kann. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Joe Biden ist ja auch zurückgetreten, endlich. Genau, ja, so, Joe hat es auch gecheckt irgendwann. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man da wirklich so komplett da sitzt und sagt, this is fine. Ja, und von daher glaube ich, könnte ich mir Folgendes vorstellen, dass jetzt, wo die Serie als Ganzes draußen ist, dass sie dann sozusagen doch noch ihr Publikum finden wird. Weil, nochmal, wenn man sie durchbingt an einem Wochenende, ist sie, glaube ich, gar nicht so konfus. Also, dann merkt man es vielleicht nicht ganz so. Und dann hat sie durchaus vielleicht den Appeal beim einen oder anderen. Und wie gesagt, ich finde sie auch nicht gut und ich werde auch wahrscheinlich nie wieder dazu zurückgehen. Aber ich fand sie jetzt auch nicht so grottig wie 18 Prozent bei Rotten Tomatoes. Weiß Gott nicht. Also, weiß Gott. Also, entweder sind wir da einfach Discovery gestählt, ja. Wir haben viel größeren Schmarrn gesehen. Aber das war, so schlimm war es nicht. Und von daher glaube ich, zusammen mit der Erwähnung, dass sie jetzt dann eben noch Plagueis reingebracht haben und sie am Ende halt nochmal den Jona dahin gaukt haben, dass das bei Disney jetzt nicht gecancelt wird, sondern dass sie das jetzt zumindest nochmal weitermachen oder irgendwie, wenn sie nur einen 92-Minütigen als Abschlussfilm machen. Oder dass es in irgendeiner Art und Weise nochmal wieder aufgegriffen wird. Vielleicht nicht mit den Charakteren oder mit denen, dass wir unbedingt mit den Zwillingen unterwegs sind, dass die die Hauptcharaktere sind, aber dass wir diese Ära nutzen, um vielleicht im Hintergrund nochmal wieder was von denen zu hören. Das könnte ich mir in der Tat auch vorstellen, weil sie haben ja schon große Hoffnung in diese Serie reingesetzt, um einfach eine andere, um andere Geschichten erzählen zu können, die nicht so stark mit der Skywalker-Saga verbunden sind. Und in dem Moment, wo sie jetzt Star's Plagueis einführen, haben sie das ja natürlich auch wieder alles hops genommen. Da hätten sie vielleicht früher in die High Republic einsteigen müssen. Ja, tausend Jahre zurück. Immer die Verbindung zu unseren Skywalkern. Genau, The Old Republic einmal da drin. Und dann gibt es eine Prophezeiung, dass ein grüner kleiner Mann vorbeikommen wird, der die Macht retten wird. So ungefähr. Nee, ja. Also mein persönliches Fazit zur Serie. Ich stimme dir bei vielen dazu. Sie hat so lala angefangen. Hatte zwischendurch ihre Höhepunkte. Gerade so zur Mitte der Staffel hin. Hat aber auch wieder stark abgebaut zum Ende, weil sie auch hier wieder ein Mysterium aufgebaut haben, was sie nicht zufriedenstellend genug auflösen konnten. Plus dem geschuldet, dass sie einfach auch viele ihrer Charaktere haben draufgehen lassen. Und dass eher die schwächeren Charaktere am Ende der Staffel überlebt haben. Beziehungsweise die, von denen wir fast noch gar nichts wissen. Was traurig ist, weil einige von den Neuen hatten durchaus Potenzial, dass wir uns mehr mit denen beschäftigen. Deshalb ist okay, ich werde sie mir wahrscheinlich auch nie wieder ansehen. Ich werde sie im Hinterkopf behalten. Man wird sich zwischendurch mal einen Wikipedia-Eintrag von denen wieder durchlesen, ums Kopf zu behalten, wenn es relevant wird für andere Serien. Aber wie bei vielen von diesen Star-Wars-Produktionen heutzutage, war es dann teilweise zu sehr leider auch wieder Content, als dass es wirklich guter Content war. Wenn ich es bewerten müsste, wenn wir hier mal abschließen, vielleicht ist es ja unsere Serienbewertung am Ende, würde ich irgendwas zwischen einer 6 und 7 geben. Die Frage ist, von wie vielen? Von 10. Achso, okay. Ja, dann würde ich ja auch irgendwie so eine 5, 5,5 bis 6 geben oder so. Irgendwie so ein Kram, ja. Sowas in den Dreh könnte ich mir vorstellen. Ohne, dass es wirklich eine schlechte 6 ist. Also das muss man sagen, ohne, dass es eine schlechte 6 von 10 ist. Man muss sagen, wir haben auch schon schlimmere Sachen in Star-Wars-Serienform gesehen. Aber es ist auch nicht wirklich ein, es ist kein Mastsee. Ja, und dann aber halt doch irgendwie, story-wise, weißt du? Also je nachdem, was sie jetzt halt mit der Plagueis-Nummer machen, ist es halt kanontechnisch halt dann doch schon relevant. Das ist halt eben so der Punkt, ne? Da muss man sich halt, also ich glaube zum Beispiel, wenn ich mir jetzt, ich habe jetzt gerade nochmal angefangen hier mit Prodigy, zweite Staffel, es ist nicht meins. Sagen wir es mal so. Ich habe mich durch die erste Staffel schon durchgequält. Und die zweite, ja, ehrlich gesagt, die erste Folge habe ich noch nicht mehr zu Ende geguckt. Also von daher. Es wird stärker. Also die haben natürlich jetzt einen anderen Status Quo und sie stellen ihren alten Status Quo in gewissen Teilen wieder her. Ja, es wird, es wird, ich kann es empfehlen weiterzugucken. Ich fand die Einstiegsepisoden auch hier wieder nicht gut, aber ich fand die erste Hälfte der ersten Staffel auch nicht so prickelnd. Und dann hat es aber stark angezogen. Und am Ende der ersten Staffel fand ich es richtig gut. Und das Gleiche wiederholt sich so ein bisschen gerade für die zweite Staffel, obwohl wir jetzt auch nochmal wieder eher in Star Trek als Star Wars Universum unterwegs sind. Naja gut, also ich werde es aus Chronistenpflicht, werde ich es gucken und vielleicht holt es mich ja dann doch irgendwo mal ab, aber ich glaube, das ist einfach nicht, nicht für mich gemacht. Ja, wir hoffen aber, dass die Ecolight-Folgen für euch zumindest gemacht waren, wenn es auch nur unsere Podcast-Folgen waren und dass ihr euch da auch hoffentlich gut unterhalten gefühlt habt. Wir wollen natürlich trotzdem noch euer Feedback hören. Das werden wir einfach dann beim nächsten Mal vorlesen. Wenn wir wieder über Star Wars reden, werden über Star Wars reden. Das wird auf jeden Fall passieren. Also von daher würde ich doch mal sagen, haut doch mal in die Tasten, schreibt uns eine E-Mail, ihr werdet ja, habt ihr mitgekriegt, schöne fleißige E-Mails werden auch vorgelesen. Also an info.nerdizismus.de oder natürlich eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht an die 015259647709. Und natürlich, wie vorhin eingangs erwähnt, wir brauchen mal wieder ein paar Bewertungen bei iTunes, bei Podcasts, bei Spotify. Also haut mal da in die Tasten und schreibt es rein. Und wie gesagt, wenn es euch nicht gefällt und ihr nur einen Stern vergebt, dann ist das auch in Ordnung, aber dann schreibt doch bitte rein konkret, was euch nicht gefallen hat und nicht irgendwie so wischiwaschi. In diesem Sinne, ja, House of the Dragon geht es auch zeitnah weiter. Da müssen wir mal gucken, was wir dann so als nächstes besprechen. Wir haben ja schon wieder tausend Sachen angekündigt. Mal schauen, was wir davon auch wirklich einhalten. Aber wir werden auf jeden Fall noch weiterhin für euch da sein. Ihr tragt euch aber bitte schon den 31.10., nämlich Halloween, im Kalender ein, wenn die nächste Neurizismus-Live-Show mit dem Chris von Last Geek Tonight und als Halloween-Edition im Rabbit Hole-Theater vonstatten geht. Tickets könnt ihr da, glaube ich, sogar auch schon kaufen. Aber auf jeden Fall tragt es euch schon mal ein. Michael, in diesem Sinne, machet Jot. Bis zum nächsten Mal. Euch da draußen auch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Einen guten Nachmittag, was auch immer ihr getan habt. Und in diesem Sinne, wir hören uns bis dann. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums. Tschüss. Tschüss. Tschüss.